Nochmal neu, wollte ich jetzt nicht. So, lass mich mal checken, wie habe ich denn zu machen? Ich habe, ich finde es echt blöd, dass man das Gebiet nicht sieht. Fehlt mir einer. Man wird schon wahrscheinlich irgendwo hier so abgeschnitten sein. Kann das hier ungefähr so ein bisschen mit der Maus nachfahren. Da fehlt einiges. Ist halt aber auch ein Riesengebiet, ne? Das ist alles, alles Mountain. Okay, also im Endeffekt drei Gebiete. Ja, ist doch machbar. So viel ist das jetzt auch gar nicht. Hier jeweils eins, da eins und in Mountains ist halt viel. Weißt du, ich fange da an. Ich laufe dahin, wenn ich das jetzt richtig finde. So. Fehlt jetzt im Endeffekt nur ein Pummel. Ne? Ja. Kam ich von da eigentlich... Das zählt alles noch zum Village. Okay. Achso, aber ich glaube, das war zu vorher. Ich glaube, das war das Problem, aber das Dorf ist sowieso dieses nach und nach freischalten. Apropos. Sehr schön. War ich hier schon mal? Der Portfunk sagt mir nein. Ja, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch erst mal hier gucken, ne? Hallo, Gegner. Was? Oh. Hi. Ne, okay. Was? Ah, zu weit weg. Verdammt. Das Glück stehen die einfach nur da und tun gar nichts. So ein bisschen wie so Stuntmen in größeren Kämpfen. Weil die immer nur außenrum stehen müssen, bis sie, äh, angreifen dürfen. Ja. Ich meine, zwei Schüsse geht ja noch, ne? So. Ey, auf dich zu bewegen. Ich greffe doch sonst nicht. Äh! Wie müsste ich den eigentlich auch kaputt kriegen, ne? Oder hat das nicht gereicht? Doch. Ich wollte schon sagen. Halt den mal fest. Ich kann das doch so nicht. Ich treffe das Ding aber auch nicht, ne? Schade. Nice. Nice. Dann geh ich erst mal hier rein. Hallo? Nichts? Nichts ist so ein bisschen wenig. Dach, 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 dach. Ich wollte schon sagen. Wäre jetzt ein bisschen fies gewesen. Ähm. Wo bin ich eigentlich? Also, grundsätzlich weiß ich nicht, ich bin im Dorf, aber ich versuche gerade so ein bisschen mich zu orientieren. Ähm. Oh. Yay. Ah, Pummel. Aber... Ach so, es sind mehrere Stufen. Okay. Nochmal? Ja. Nochmal. Ey. Haha. Kann ich dich mitnehmen? Bdu, bdu, bdu. Ah. Ging nur von der Seite natürlich. Okay, let's go. Nice. So. Ich kann da rüber, ich kann aber auch noch darum, was sagt denn die Karte. Darum komme ich zurück, da geht's weiter. Das heißt, ich gehe erst mal da lang. Right there. Und jetzt? Oh, da war was drin, ne? Das ist jetzt nur für Geld gewesen? Das sah so ein bisschen aus wie Schalter eigentlich. Ja, das war's. Ja. Ach so, kann ich nur wieder anhalten. Okay. Ich glaube, hier ist zu. Also, zu, zu. Ah, warte mal. An der stand ich, glaube ich, schon ein paar Mal. Kann das sein? War das die? Ja, doch. Hier war ich schon. Nice. Traut ihr euch nicht rüber, ja? Keine Sorge, alles safe. Zu Not trage ich euch rüber. Ihr seid ja hoffentlich nicht so schwer. So. Ich hoffe halt immer, dass im Wasser nichts ist, ne? Weil, weiß ich nicht, da gucke ich nicht so genau. Geh hier rein, sagt er. Erst mal aus und rum gucken. Ja. Mitnehmen. Oh, neuer Hut. Nice. Baseball finde ich gar nicht so cool. Aber irgendwer wird den tragen müssen. Beziehungsweise zwei von euch. Ich sage ja immer, freiwillige vor. Und wenn sich keiner meldet, dann suche ich wen aus. Wie damals in der Schule. Oh Gott. Ich glaube, ich wäre super Lehrer. So. Das heißt hier, mhm, theoretisch. Aber ich kann im Wasser springen. Äh. Wie komme ich da wirklich hin? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich kann zurückschwimmen, also. Das sieht aber nicht aus, als würde ich hier rauskommen. Sieht aber auch nicht so aus, als wäre ich... Oh, da ist doch, 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 da ist was. Verdammt. Okay, Mädels, wie komme ich... Hm, vielleicht da rüber. Ist das von da irgendwie... ...geht. Weil ich glaube, von hier ist ein bisschen... ...viel. Sieht nicht... Never mind. Ich habe nichts gesagt. Sehr schön. Noch mehr Geld. Ich habe gar nicht gesehen, dass das so flach war. Naja. Okay. Das habe ich... Dann gehe ich da lang. Die sind so gut. Die sind so gut. Oh. Warte mal. Das ist ein Schrein. Ach so, da ist auch noch zu. Aber ich habe jetzt keine Blume gefunden. Das heißt, da wird wahrscheinlich irgendwo weiter hinten einer sein. Also irgendwo hier durch dann. Hm. Gut. Dann... ...wann wir zum ersten... ...Schrein da oben. Oder... ...Warp-Punkt. Bonfire. Ne, ich wollte ja laufen, ne? Warte mal. Dann gehe ich rechts und nochmal rechts. Ich weiß ja nicht, wo die sich versteckt. Der Kleine. Kann ich mir auf jeden Fall sicher sein, dass ich von Anfang an gesucht habe. So, das Gute ist ja, die verstecken sich immer so bei so rosa gebömmelt. Stimmt, die habe ich nie aufgemacht. Ich erinnere mich. Okay. Schade. Doch. Doch, da ist er. Nice. Yay. Das ging fix. Das ging wirklich sehr fix. Gut. Dieses Mal, da hätte ich eigentlich direkt lernen können, dass ich das aufmachen kann. Aber irgendwie ist mir das nicht so... Ich dachte eigentlich, das wäre Deko. Schade. Ist die Frage jetzt... Ich glaube, ich port dahin und gehe dann hier lang. Wobei, ne, hier lang kann ich, glaube ich, gar nicht, ne? Dann... Hier ist der Übergang. Das heißt, ich port mich zu Taurus Tree. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass das ewig dauert. Ich meine, im letzten könnte es das länger dauern. Einfach, weil das so riesig ist. Aber, dass es so schnell geht. Finde ich gut. Finde ich gut. So. Dahin. Yes. Ne, warte. Das war der falsche, ne? Verdammt. Warte mal. Das mache ich nochmal. Das war nicht Taurus Tree. Nochmal Port, bitte. Taurus Tree. Yes. Okay. Aber so... Warte mal, warte mal. Das war schon hier. Irgendwie hatte ich dieses Gebiet hier noch als... Wie so gefühlt halbfertig in Erinnerung. Nice. Aber der Wald war, glaube ich, sowieso am schlimmsten. So. Das war der Weg, ne? Ich will jetzt nicht komplett falsch laufen. Ne, ist richtig. Kriege ich eigentlich nochmal den Prompt hier? Dass ich das Gebiet gewechselt habe? Das heißt, hinter dem Kart da oben zählt das noch, aber das Head-Kart ist auf jeden Fall noch im alten Gebiet. Ne, gut. War das immer schon so dunkel hier? Ist halt auch riesig, ne? Mir fehlt ein Hut und eine Spirit-Mail. Ich glaube, Spirit-Mail hatte man gut gesehen. Aber die Hüte waren im Endeffekt genau... Ne, warte mal. Die Hüte waren, glaube ich, sogar... ...in Kisten. Glaube ich. Hatte ich bisher irgendwie einen Hut mal gefunden, der nicht in der Kiste war? Ich glaube nicht. Wer hat das so dunkel gemacht? Ich sehe ja nichts. Mach doch mal in der Licht an. Reicht nicht. Schade. Okay, warte mal. Habe ich das schon gemacht? Das habe ich schon gemacht, ne? Gut, wenn die Kiste daneben offen ist, dann klar. Okay, also auf jeden Fall gut die Augen offen halten. Ich würde sagen, ich gehe einmal hier so im Möglichstkreis rum. Schaue, ob ich vielleicht schon direkt was finde. Könnte ja im Endeffekt auch oben sein, ne? Ich meine, die Mail ist ja eigentlich super zu sehen. Aber die Kisten? Schwierig. Hm. Jetzt laufe ich schon wieder nicht im Kreis, ne? Die Bude funktioniert. So. Halt ich mich noch gut? Na, einigermaßen. So. War ich da drüben überhaupt schon? Ich glaube, ganz am Anfang bin ich da langgelaufen. Doch, klar. Da muss ich ja langgelaufen sein. Kam ich ja beim ersten Mal rein. Ich kann mir gut vorstellen, dass das wieder irgendwas unter einem Haufen von Blättern ist oder so. Was? Aha. Aha. Das war gut. Das ging schnell. Die Pilze mag ich. Die mag ich. So, jetzt fehlt mir doch Spirit Mail. Nur noch. Das fand ich immer gut bei Sparrow, ehrlich gesagt. Ich dachte, dass man immer Sparks hatte, um so grob in die Richtung zu zeigen. Spirit Mail. Da war ich, meine ich schon. Ähm. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ach genau, das war die Ecke. Bin ich hier richtig? Ich bin hier richtig. Das ist hier nämlich Ende. Ich guck trotzdem mal. Nö. Nö. Ach so, bleibt das jetzt einfach aktiviert oder was? Ist natürlich auch in Ordnung. Für den? Für den. Okay. Hm. Ich hatte hier schon mal eine. Wo hat ich die denn gefunden? Ich glaub, die sind immer ziemlich gut versteckt. Im Gegensatz zu dem Rest. Also, das ist ja eher wenig Zufall, dass man das trifft. Warte mal. Die hab ich aber, glaub ich, schon mal aufgemacht. Ja, doch, die hab ich schon mal aufgemacht. Das ist es auf jeden Fall nicht. Das ist einfach wieder da. Hallo, ich will da hoch. Nicht. Na gut. Hm. Ich meine sogar, dass einer der Blumen könnte es sein. Weil ich glaube, da hab ich nicht alles erkundet. So, wenn ich hier. Irgendwann im Wald. Wenn ich das suche, ne? Dann ist überall immer so im Augenwinkel etwas, was ich meine gesehen zu haben. Aber nein, in der Regel nicht. So, ich glaub hier war ich hier schon? Doch, ich meine schon. Stimmt, hier war meditieren. Genau. Aber Kein... Keine Post. Keine Post. Na gut. Bloß nicht schwimmen. Das dauert aber so lange. Ah, soll ich zählen? Ich glaub, ich geh erst zu den Blumen. Ich glaub, da hab ich noch die beste Chance. Pass mal. Was ich alles vergessen habe hier. So, da oben war noch ein Pummel unter dem Gebüsch Zeugs. Aber das ist weg. Das reagiert auch komplett gar nicht, ne? Aber ich weiß nicht, von wo es reagieren würde. Ich hab halt so das Gefühl, dass es vielleicht da oben ist, aber ich war da schon mal, meine ich. Weil ich weiß, dass man da runterrutschen kann durch das, ähm, durch den Baumstamm. Ich mein, die leuchten ja auch so ein bisschen, ne? Eigentlich kann man die nicht übersehen. Die sind wahrscheinlich irgendwo komplett offensichtlich und deshalb seh ich die nicht. Dann geh ich nochmal rechts rum, glaub ich. Wobei, komm ich von da überhaupt weiter? Ich glaub, von da komm ich nur hier in diese Richtung. Naja. Okay. Und hier komm ich auch nirgendwo hin. Sehr gut. Genau, hier war der Gegner. Ging's hier weiter oder war der Ende? Da war Ende, ne? Genau. Hm. Ich bin schon froh, dass das nicht super lange her ist. Da erinnere ich mich zumindest noch grob, wo ich war und wo ich vielleicht nicht so genau geguckt habe. So, dann bin ich auch hochgekommen. Ich kann sich mir halt auch gut vorstellen, dass das wieder irgendwo in den Bäumen ist. Weil ich da nicht so ordentlich geguckt habe. Beziehungsweise war halt einfach sehr viel, sehr viel für mich zum merken und die ganzen Gebiete und ist alles so groß hier. Okay. Genau. Ich meine, von einer Stelle kann man hier runterrutschen und irgendwo weiter links. Bing. Oh, hier war, glaube ich, auch nochmal rein. War, glaube ich, ein Pummel. Das war's. Ja. Ich meine, bisher war jetzt auch nichts so extrem versteckt, dass man es nicht hätte sehen können. Also es war schon irgendwo, ich nenne es mal, ja, offensichtlich ist falsch. Also, hm. Hm. Weiß nicht. Wie mit dem Wasserfall vorhin. Das ist so, wenn man es sieht, weiß man einfach, dass da was ist. Aber ich, ich muss jetzt quasi nicht die ganze Zeit hier so durchrennen, in der Hoffnung, dass ich was finde. Sollte ich dann lieber genau schauen und dann sollte ich es eigentlich auch irgendwann sehen. Sollte eigentlich. Irgendwann. Aber die anderen beiden echt fix gehen gerade. Hm. Achso, da kam ich auch nur runter. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass das Spiel so fies ist und das irgendwie mitten auf ne Rutsche packt oder sowas. Wo man dann wieder komplett außenrum muss. Ich meine, so ohne Gegner ist ja eigentlich auch kein Problem mehr, ne? Hm. Soll ich dann mal durch. Hm. Ach, das ist so süß. Das sind so gut, ey. So. So. Anhalten. Wo bin ich? Welcher Part war das hier? Ich glaube, da kam ich auch eher von hier, als dass ich von da kam. Ich glaube, das war so ein, so ein Ding. Genau, das war die Höhle. Also ich werde, glaube ich, auch in erster Linie erstmal hier durchlaufen. Und dann in die Höhle gehen. Wobei ich es mir eigentlich in der Höhle besser vorstellen könnte, weil hier draußen war ja schon eins. Ich glaube, irgendwo in dem oder in dem oder in dem Baum hier war es die zwei. In einem der beiden war auf jeden Fall die Mail drin, die erste. Vielleicht sollte ich wirklich erstmal in die Höhle gehen. Ich mag das, wenn die überall einfach so aufploppen. Ist er wieder anfangen? Nee, also ja, aber nee. Also halb. Ich glaube, ich gehe nochmal durch die Höhle. Genau, das ist der Part. Ja, doch. Ich gucke mal in die Höhle rein. Wenn ich es da nicht sehe, versuche ich es dann auch nochmal weiter oben. Bin ja jetzt hauptsächlich auf dem Boden rumgelaufen. Ich habe halt da auch irgendwie so Höhlen erwartet, wie jetzt gerade eben unter dem Wasserfall. Die ich vielleicht einfach übersehen habe. Mein unter dem Wasserfall, das musste halt auch nicht wirklich gut anzeigen, weil man einfach weiß, dass unter dem Wasserfall was sein kann. Weil es einfach so viele gemacht hat. Gut, dann ab Richtung Höhle, würde ich sagen. Ich glaube, ich bin mir erstmal auch hier durchgelaufen, kann das sein? Das sieht nicht nach Mehl aus. Musste ich hoch? Ich glaube, ich musste sogar hoch, ne? Ja. Gut, gut. Dann gehe ich hoch. Okay. Sag, ich mag das Klettern. Das erinnert mich sehr an Horizon. Komme ich nicht mehr in die Höhle? Ach ne, ich muss dann da runter, ne? Okay. So, da unten ist dann auf jeden Fall das andere Gebiet. Das heißt, da brauche ich erst gar nicht schauen. Ich erinnere mich an die Stelle hier. Mhm. Da ist nun der Tod. Da will ich nicht hin. Okay, hier mal ne Blume. Kommt das eigentlich auch zurück, oder habe ich das einfach vergessen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das vergessen habe. Ich habe das vergessen, oder? Ich habe das vergessen. Okay. Schade. Also gut, ich habe es ja jetzt. Die Punkte werden mir aber nicht angezeigt, ne? Dass ich hier noch irgendwo Meditationsspots habe. In dem Gebiet. Einfach alles wegmachen, was das Zeug hier angeht. Dann sollte das kein Problem sein. Vor allem war das super offensichtlich auch, ne? Keine Ahnung, was da in mich gefahren ist. Ich komme doch von da. Ja. Wo komme ich denn hin? Achso, das ist der normale Weg, aber... Was war dann hier? Achso, hier kam ich zurück. Da war eine Rutsche. Ich mache das gerade nochmal hier links weg. Auch wenn ich mir sicher bin, dass ich das hier schon gemacht habe. Ja. Okay. Welche Ecke stehe ich überhaupt? Ah, ich glaube, das ist der Anfang, ne? Ja. Genau, da war ich ja eben. Nice. Bisher habe ich immer noch keine Mail. Ich bin der schlechteste Postbote. Tragisch. Aber gut, ich meine, ich habe sie ja nicht verloren. Ich suche sie ja nur, ne? Bleibt eigentlich nur der Weg nach unten. Na gut. Das bringt nichts. Vielleicht noch ein bisschen... langsamer. Ich sehe nichts. Warum ist das so dunkel? Okay. Nee, ist auch Ende. Ja, der Gott, vielleicht kann ich da nochmal lang oder so. Ganz kurz. Ach, nur so Stäbchen drin. Okay. Stimmt. Ich dachte beim ersten Mal auch schon, dass hier rutschig wäre. Aber ich kann ja einfach gehen. Plümm. Achso, warte mal, ich muss wahrscheinlich einfach den hier machen. Ich hoffe, der Bossfeld ist nicht wieder da. Ach, das ist der Punkt, ja. Hm. Wäre auch irgendwie komisch gewesen, ne? In einem Bossraum Mails zu verstecken. Aber vielleicht hat er Briefe geschrieben, wer weiß. Kann ja sein. Ich sehe jetzt hier auch nix. Nö. Dann gehe ich, glaube ich, nochmal durch die Bäume durch. Ach, stimmt, hier war ja auch noch der Pfad. Aber dem bin ich sogar schon zurückgelaufen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich komme hier rüber nicht hin. Das ist viel zu dicht. Fies. Fies. Heißt natürlich nix, aber zumindest erwarte ich da halt sowas. Okay. Dann bin ich jetzt wieder da. Ah ja. Hm. Okay, dann gehe ich, glaube ich, nochmal hier hin und schaue nach den Bäumen. Ich glaube, das ist ein Plan. Au. So. Bäume waren. Waren die in die Richtung? Ja. Meine ich. Mal gucken. So. Das ist so groß alles. Ich meine, was auch gut hilft, ist, von oben überhaupt erstmal gucken. Vielleicht sieht man das irgendwo. Selbst wenn es dann nicht auf dem Baum ist. Wobei ich natürlich nicht weiß, wie weit man das überhaupt sieht. Von wie weit weg. Den Hutmacher siehst du auf jeden Fall. Konnte man irgendwie so umnähen, ne? Ich glaube nicht. Piu. Ich gucke jetzt auch gerne zähl mal in jede Richtung raus. Nur um sicher zu sein. Die Ecke hat mir sowieso noch nichts gebracht, ne? Weil ich eh mal in die andere Richtung muss. Hm. Vielleicht hätte ich die Mail da oben sehen können. Ich glaube, da war die nämlich. Das glaube ich. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich bin mir doch nicht sicher. So. Wie bin ich das letzte Mal da rüber gekommen? Hm. Also wenn ich sie jetzt hier oben nicht finde, würde ich auf jeden Fall nochmal darüber gehen müssen. Habe ich das Gefühl. Ja. Ist auch nichts drauf, ne? Nee. Einfach nochmal jeden Weg abgehen. So. Einen schönen guten Morgen. Na, alles gut? Nee, hier nicht so. Was ist das? Nix. Sehr gut. Geh wieder hoch. Sag, du wieder hoch. Geht so. Wieso noch geht so? Und bei mir? Ja. Urlaub ist jetzt leider vorbei. Ich hatte jetzt die letzte Woche Urlaub. Egal. Gedanken sind schon beim nächsten Urlaub. Da gehen sie alle fliegen. Ist nicht genug Platz für alle. Das sieht aus, ey. Achso, die Blume, ja. Ich seh halt auch nix dergleichen, ne? Hm. Oh, das ist nicht so schön. Dann kann ich das verstehen. So. Da war ich aber schon, glaube ich. Aber egal. Zumindest heute war ich da noch nicht. Das ist richtig spaßig, ja. Ich bin jetzt gerade dabei, die ersten Gebiete zu kompletieren. Suche jetzt gerade die letzten Sachen. Und dann geht's weiter. Freue mich schon drauf. Das ist echt ein schönes Spiel. Aber ich mag halt kompletieren. einfach total gerne, deshalb muss das leider sein. Warte mal. Das ist aber nicht entfestet, oder? Das sieht ein bisschen danach aus, aber irgendwie halt auch nicht. Schwierig. Es ist so schön. Es ist, es ist wirklich schön. Nicht nur schön, es ist auch so putzig. Auch wenn die sich gerade alles in diese, in die, in die, in die Tiefe stürzen. Aber es ist so putzig. Aber dir passiert ja nix. Die sind ja kleine Spirits, oder Rods, oder was auch immer die sind. Aber sie sind putzig und können nicht sterben. Also, alles gut. Achso, es ist die Blume. Ich dachte schon, hier werden wieder Gegner. Das wäre es ja jetzt gewesen. Das ist nur Licht, oder? Ich glaube, ja. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das bei diesem großen Baumstamm ist, so in die Richtung. Aber im ersten Mal habe ich halt nix gesehen. Na gut. Bin jetzt auch nicht so die, die Outmerksamste, ne? Also, im Endeffekt, du hast das als Karte hier. Hier links ist dein, dein, dein Dorf. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Hub, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, wo du immer wieder zurückkommst. Oder so siehst es zumindest aus. Ich bin jetzt hier beim ersten Stream hier rechts durch. Das ist alles relativ storylastig gewesen. Relativ. Der Großteil ist natürlich Erkundung. Sehr, sehr viel Erkundung. Sehr, sehr viel Rätsel lösen. Kleine Rätsel. Keine riesen Dungeon-Rätsel oder sowas. Ich glaube, ich hatte zwei Boss-Fights in dem Bereich. Und hier auf der Karte rechts, ich zeige gerade, aber das siehst du nicht, ne? Hier so unten. Rechts auf der Karte siehst du halt die ganzen Sachen, die man finden kann. Und das mache ich jetzt gerade voll. Und hinter vielen Sachen stecken halt kleine Rätsel. Na, also diese Kisten sind zum Beispiel kleine Gegnerkisten. Wenn du die aufmachen willst, kommen halt Gegner raus, die musst du in einer bestimmten Zeit umhauen und dann kriegst du den Loot. Aber gerade diese Schreine zum Beispiel sind versteckte Sachen, wo du mit so einem, habe ich das gerade irgendwo im Blickfeld? Da gibt es so Blümchen, die man auch frei macht, auch wieder mit einem kleinen Rätsel. Da kann man diese Pummelchens hier um mich rum, als so eine gesamte, ich weiß nicht, das sieht aus wie ein Wurm. Ein Wurm mit Gesicht. So sieht das aus. Das kann man steuern. Und mit dem kann man dann bestimmte, ja, verfluchte Gebiete freischalten oder wegmachen. Ich weiß nicht, wie man die Gebiete genau nennt. Also das sind so schlechte Gebiete, sage ich jetzt einfach mal. Die kann man mit den Pummelchen reinigen, ist vielleicht ein besseres Wort. Ja, also ich würde sagen, 80% der Kunden mit Rätseln und der Rest ist so ein bisschen relativ angenehmes Gameplay. Man hat Melee, man hat ein Schild und man hat einen Bogen. Das ist das, was ich bisher habe. Warte mal, habe ich hier noch? Hier Upgrades. Es gibt noch ein drittes, äh, viertes hier unten. Das habe ich aber noch nicht freigeschaltet. Und diese, ähm, die Punkte fürs Skillen, das ist, wie heißt denn das? Äh, ich weiß gerade nicht, wie die das genannt haben. Ich glaube Karma oder sowas. Das findest du immer in der ganzen Welt durchs Erkunden. Ne, irgendwie mal eine Statue aufheben oder irgendein kleines Gebiet reinigen. Ist schon ziemlich cool gemacht. Das ist so ein kleines, ja, eine kleine Übersicht über die, die Story, die wir da hatten. Die verschiedenen Punkte, die wir gesammelt haben und die Maske von dem einen Jungen war das, glaube ich. Um den es halt in der Story jetzt gerade ging. Das ist aber so ein kleiner Tracker. Ja, also ich find's, ich find's echt gut. Ist voll mein Vibe. Die, die Kämpfe sind jetzt auch relativ angenehm. Also ich hab's jetzt, glaube ich, gerade auch nicht sonderlich schwergestellt. Die können, glaube ich, schon herausfordernd sein, sind aber jetzt nicht so der Hauptaugenmerk, würde ich sagen. Warte mal, kann ich dir grad mal zeigen. Das ist das Vieh. Hier ist ein bisschen blöd zu steuern, weil das ist im Endeffekt meine Maus. Und wenn ich dann am Ende meines, meines, äh, Dingens bin, meines Mauspads, dann ich. Aber es funktioniert schon ganz gut. Der ist ein bisschen auf Zeit, weil die Leiste dann leer wird. Oder wenn ich halt angreife, geht die Leiste leer. So. Das Beste ist natürlich, das absolut Wichtigste, man kann dir ein kleines Hütchen geben. Man findet in der ganzen Welt Hütchen. Also auch eines dieser Collectibles. Und dann kannst du die, den anziehen, ne? Du siehst so einen Hirsch und ein paar Füchse und, und kleine Pilze und großer Pilz. Das ist total gut. Das ist so gut. Das ist echt gut. Also, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber ich find's super. So, das ist eine Verheilung, ne? Ja. Die Pummelchens hier können ja auch ein bisschen im, im Kampf helfen. Jetzt keine Riesenhilfe, aber zum Beispiel mal einen Gegner festhalten oder sowas. Das machen die schon. Also, sie sind nicht komplett nutzlos. außer süß zu sein, natürlich. Komme ich aber auch wieder nur runter. Ich suche jetzt nur noch dieses eine einzige Collectible hier drin. Dann wäre ich so wieder im nächsten Gebiet, aber ich find's gerade einfach nicht. Nein, nein, nicht runterspringen. Komme ich halt auch wieder nur runter. Und dann stehe ich da. Ich frage jetzt, wie kam ich das letzte Mal darüber? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube, ich geh jetzt mal runter. großes Problem. Es gibt Fall-Damage. Beziehungsweise nicht wirklich Fall-Damage, aber ich kann leider nicht unendlich tief springen. Ich bin jetzt schon ein paar Mal gestorben, einfach weil ich irgendwo runtergesprungen bin oder zu tief gefallen bin oder sowas. Ein bisschen gut. Ich glaube, Zelda trifft schon ganz gut. Also weniger weniger Dungeon und alles, aber sehr viele verstreute kleine Rätsel und alles. Das ist schon sehr cool. Es hat mir ein bisschen die Vibes von Okami gegeben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist schon wieder zu tief, oder? Komm, ich versuch's. Es war zu tief. Schade. Dann geh ich halt außen rum. Wieso stehe ich jetzt hier? Dann geh ich da lang. Lass mich da runter. Okay, der lässt mich nicht runter. Aber ich bin sowieso ein Riesenfan von Spielen, wo man viel erkunden kann. Das ist voll mein Ding. Das war auch schon bei Skyrim damals immer mein Ding. Ich hab die Story nie fertig gekriegt, aber ich hab ganz viel erkundet. ganz, ganz viel. Ist ein schönes Spiel. Ist eher so unterm Radar gelaufen, aber ist ein schönes Spiel. Wollte gerade sagen, es ist so riesig. Ich hab in jeder Stadt ein Haus gebaut. Ich hab in jeder Stadt, glaub ich, ne Frau gehabt. Gut. Und Kinder auch. ich hab alles gemacht, ne, gecraftet und entdeckt und das ist ja auch super viel Ding in Storytelling hier, hier über die, über die Landschaft auch und alles. Das ist so cool gewesen, aber die Story nie wirklich gemacht. Ich musste eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo ich gespielt hab, musste ich immer zu diesem blöden Berg hoch und mit diesen alten Säcke reden und ich hab's nie gemacht. Ich bin immer die ganze Zeit nur durch die, durch die Welt getickelt. Aber so hat jeder seine Punkte, die er mag, ne? Ich fand das super. So. Äh, ich wollte nach, ich glaub hier hinten links ist das. Ja! Das ist halt echt so. Eigentlich musste ich nur 20 Meter gehen, aber dann war das zum Pflücken, dann kam da noch ein Drach angeflogen und ja, das soll man machen, ne? Das ist schon ein schönes Spiel. Ist schon eigentlich zurecht auf so vielen Geräten, dass das, äh, es ist einfach sehr erfolgreich. Zurecht. Ich bin eigentlich auch nicht so der, der Story-Spieler. So, wenn sie mir so zwischendurch immer mal so ein bisschen erzählt wird, ist das ganz nett, aber da hört's dann halt auch schon so langsam auf. Komm ich vielleicht von da da rüber? Das hab ich immer noch nicht geholt. Krasser Sniper bin ich. Ich guck echt zu wenig nach oben. Oder respawn hier einfach. Das kann natürlich auch sein. Na, da war ich eben drin. Ich versuch's mal rechts vom Hut laden. Apropos Hut laden, ich muss sowieso zum Hut laden. Ich brauch wieder neue. von, von Skyrim oder was? Oh. Ich glaub, hier war ich noch nicht ordentlich. Ich muss sagen, ich hab das vielleicht auch ein bisschen blöd gespielt. Ich hab damals, ähm, als Khajiit gespielt und ich bin die ganze Zeit nur geschlichten. Egal wo ich war, also vielleicht nicht in der Stadt oder so, die gucken ja immer so blöd. Aber egal wo ich war, ich bin geschlichen. Und, ach, das war schön. Mit dem Bogen auch immer und dann den Großteil einfach one-shotted. Mit, mit einem Headshot. Das war schön. Ich hab's ja auch nicht so nicht, äh, auf schwer gestellt, aber so hat's mir einfach besser gefallen. So, jetzt hab ich vier neue Hüte, ne? Warte mal, Wurlybird ist aber voll süß. Ah, 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 ah. Warte mal. Purple Mushroom fehlt mir noch. So, dann nimm mal, komm, die, die Potts vielleicht weg. Oder? Die Mushrooms, komm, die Mushrooms sind mal weg. So. Gib denen die. Das ist so gut. Ich weiß nicht wieso, aber das ist so das beste Feature dieses Spiel. geil. Ja, gut. Das, das, das war echt ein bisschen blöd, ja. Aber gut. Ich finde, man gewöhnt sich da schon dran. Ist nicht, nicht das Beste, was man sich hätte aussuchen können, aber ist schon, ist schon okay. Das Inventar ist jetzt nicht so das Beste gewesen. Also das Inventar auch, ich meine das, oh je auch, generell. Komm ich hier vielleicht irgendwo? Nee, ne? Mhm. So, genau jetzt bin ich hier. Aber das war eigentlich nicht das Ding, was ich meinte. Genau, das war es da. Wie komme ich da hin? Ich gehe erstmal hier hoch. Ah, das war kaputt. Ah, das letzte Mal habe ich Okay. Das letzte Mal bin ich da über, über das Ding drüber gegangen. Ich glaube, das sollte ich nicht tun. Oder hätte ich nicht tun sollen. Naja. Achso, ja. Ja, das ist blöd. Ich meine, ich habe Magie nicht gehabt oder so, aber ich hatte am Anfang schon noch so ein bisschen mit Dolchen hantiert oder sowas und das hat mich dann auch gestört und dann habe ich es halt einfach gelassen und noch Bogen gespielt. Ich meine, ist zwar blöd, aber ja. Zumindest eine zweite Waffe hätten sie reinpacken können, finde ich. Hm. Genau die Stelle meine ich. dass ich da rauskomme. Wie kriege ich das aktiviert? Mist da. Genau, das ist das Wichtigste. Das Spiel so hinschieben, dass es Spaß macht. Musste ich mit Nioh auch machen. Aber solange man einen Weg findet, ist ja alles gut. Das ist immer das Wichtigste. Wieso gehst du nicht auf? Oh, jetzt gehst du auf. Oh, I see. Eh. Haha. I did it. Nice. Da habe ich sie. Mehl gefunden. Nice. Yes, das ist fertig. Meinst du? Ich weiß nicht. Kann man sich nicht irgendwie einen Controller hinsetzen und sagen, okay, so und so will ich es belegen, ob das vielleicht besser passt oder meinst du jetzt wirklich auch Features aus dem, aus Nioh? So, das ist jetzt die Frage, wo starte ich? Ich glaube, dann gehe ich hier und dann starte bei Tower Street. Diesmal aber wirklich bei Tower Street. So, nach rechts. Äh, das ist schon wieder. Oh, das war nicht so tief. Nimm ich. Alles gut. So. Auf zu Tower Street. Was? Nein, 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 nein. Da will ich hin. So, und dann geradeaus... Ne, links. Geradeaus ist es ein bisschen schwierig mit dem dicken Baumweg. Okay, das heißt, ich brauche... Ich brauche Pummels. Ich brauche Hüte und Schrein. Das heißt, auf jeden Fall drei Kisten mindestens. Ach so. Hm. Stimmt, denn das Echtzeit... Ja, das... Das ist wirklich sehr menülastig. Da hast du echt recht. Ist mir eben beim Spiel nie so aufgefallen, weil ich es auch durchaus nicht schlecht war, weil man dann halt einfach pausieren konnte. Ich bin halt ein Noob, ich brauche pausieren. Ähm, aber... Wenn man darüber nachdenkt, so Echtzeit wäre schon... wäre schon nice gewesen. Und dann halt optional, dass man es pausieren kann, wenn man da einen Book drauf hat. Überhaupt so ein... Ich glaube so ein... Wie nennt sich das? So ein... Pie Menü. Ähm... Diese runden Menüs, wo du vielleicht ein paar Pots drauflegen kannst oder sowas. Das wäre schon cool. Ach, das könnte man schon gut verbessern, aber... Naja. Wo habe ich denn den kompletten Schrein übersehen? Ich meine, die sind ja jetzt auch nicht unbedingt unauffällig. Da komme ich zurück. Bis jetzt war noch nichts auf einem... Dingens versteckt auf einer Rutsche. Ich hoffe, das bleibt auch so. Mal gucken. So. Hier nochmal schauen. Just in case. Mhm. Wenn du... Ja gut, wenn du den jetzt nur hast, okay, dann macht es schon Sinn, ein Schwert in der Hand zu halten. Aber ich meine, du kannst ja jetzt nicht gleichzeitig an den Bogen ziehen und ein Schwert in der Hand halten. Oder was meinst du genau? Das wäre... Wenn du nicht vorhast, mit dem Bogen das Schwert zu schießen, wird das glaube ich ein bisschen schwierig. Woher das... Ganz ehrlich, ich warte noch auf das Spiel, wo ich wirklich Waffen schießen kann mit meinem Bogen. Das wäre so cool. Das wäre verdammt lächerlich, aber ich finde es super cool. Das wäre so gut. Warte mal, wo war das? Achso, das war der normale Weg, ne? Mhm. Ja, 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 ja. Ich erinnere mich so ein bisschen. Das ist jetzt auch nur eine Woche her. So, da drüben war ich. Warte mal, da ist doch bestimmt wieder was unter dem Wasserfall. Ich sehe doch da Licht. Nein, das ist wahrscheinlich gleich einfach nur Licht auf dem Stein oder so, aber egal. Ah, okay. Ja, das ist mir nie so aufgefallen, weil sobald ich den Bogen hatte, habe ich jetzt auch nicht wirklich was anderes bespielt. Nein, da ist wirklich nichts, ne? Scheiße. Was schwimmt sie auch so langsam? So, ich weiß, da habe ich... Was mir auch noch fehlen würde, ist, dass ich irgendwie in der Info habe einfach, welches das war. Das erinnert mich so ein bisschen an Donkey Kong, wenn man diese Kong-Buchstaben gesammelt hat und man wusste einfach, okay, ich habe jetzt das O vergessen. Ich weiß an ungefähr, welcher Stelle ich suchen muss und hier muss ich halt das komplette Gebiet durchkämmen. Ich meine es nicht schlimm, ne? Ist wunderschön, aber es ist echt schwierig, dann zu wissen, wo war ich schon und wo nicht. Das ist richtig. Es ist einfach halt nicht jeder so krass, ne? Da muss man sich halt auch einfach mal wieder zu Gemüte führen, wenn man das mal wieder vergessen hat. Ei, ei, ei. Ich würde auch gerne eigentlich noch ein bisschen tauchen, aber ich glaube, das gibt es in dem Spiel nicht. Schade eigentlich. Okay, dann gehe ich einfach nochmal den Weg und immer schön den Blick nach oben. Da gucke ich nämlich irgendwie am wenigsten in die Spiel. Ich habe das Gefühl, ich spiele immer so und sehe nichts. Also von meinem Completion-Modus auf jeden Fall her, weil ich so selten nach oben gucke, aber ich glaube, das ist generell so. Ich glaube, das einzige Spiel, wo ich öfter nach oben geschaut habe, es war Dark Souls. Aber auch einfach nur, weil diese blöden Viecher da an der Decke kleben. Komm ich hoch? Fast. Aber ich glaube, nicht gewollt. Es ist so schön. Es ist so schön. Vor allem ist jetzt alles wirklich komplett erkunden, weil hier war ja schon, hier war ein größerer Kampf, also kein Bossfight oder so, aber halt ein paar mehr Gegner. Und wenn man jetzt nochmal durchgeht, ist halt alles so schön ruhig und alles schön. Nichts ist verseucht oder sowas. Das ist so angenehm. So, aber Kiste sehe ich jetzt hier zumindest schon mal keine. Ich frage mich echt, wo ich den Schrein habe stehen lassen. Was sollst du denn das Licht? wie sieht es denn eigentlich aus? Ich habe noch gar nicht reingeschaut. Ich habe auch noch gar nicht in die Horrorgame-Umfrage geschaut, ehrlich gesagt. Ich hatte am Anfang mal reingeschaut, aber seitdem nicht mehr. ich glaube, ich lasse mich da mal... Wie ruckelt das heute, ne? Also beim ersten Mal hat das gar nicht geruckelt. Vielleicht habe ich gerade irgendwas im Hintergrund laufen, wo ich wieder nicht ausgemacht habe. Ich habe auch das Gefühl, in dem Spiel gibt es sehr wenig Backtracking. Also zumindest war es bisher so. Ich hatte jetzt wenige Momente. Also zum Beispiel das mit dem Bogen war jetzt der einzige Moment. Es gibt Sachen, die kannst du nur mit dem Bogen auslösen. Und es gab sehr, sehr wenige Momente, wo ich ein Gebiet hatte. Da hatte ich den Bogen noch nicht, aber irgendwas für den Bogen. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich auch immer mit Zelda verbinde, dass du halt irgendwo ein Gebiet hast, wo du bestimmte Items brauchst, aber halt auch noch andere, die du noch nicht hast. Ach, da geht es wieder nur um... Ah, ja, ja, ich erinnere mich an die Stelle. Nice. Links geht auch, aber ich glaube, links brauche ich nicht unbedingt. Mal gucken. Genau, das war der Schrein. So riesig ist das Gebiet eigentlich gar nicht, ne? Also eigentlich schon so ein bisschen, aber eigentlich nicht. Wo habe ich das alle ganz zäugig liegen lassen? Unfassbar. Ich sehe einen Pummel da oben. Also, das sieht man... Warte mal. Erstmal ordentlich fallen. Das sieht man an dem Punkt hier, hier, da, wo es leuchtet. Das ist so ein rosa Leuchten. Und daran sieht man immer, dass da ein Pummelchen versteckt ist. Also, ein Rod. Ich finde den Namen Rod aber nicht so schön, muss ich sagen. So, dann rüber. Wie habe ich denn das letzte Mal übersehen? Achso, ich bin wahrscheinlich nicht da rüber gegangen. Hm. Wie soll alle warten? Ja, kommt da rüber. Überleg mal, ich bin jetzt bei Paaren 40. Und ich habe noch, ich habe gerade mal das erste Gebiet hier, also das erste größere Gebiet gemacht. Da kommt ja hier links noch ein bisschen was. Was für eine Harde ich da hinter mir erlaufen habe. 43 habe ich. Oh Gott, wie gut. Das muss man ganzen Kindergarten hinter sich herziehen. Kindergarten mit lustigen Hüten. Dann sei dazu gesagt. Noch viel besser. Achso. Funktioniert das denn? Ja. Die Frage ist jetzt, ob ich, ich glaube, ich gehe da dann runter. Dann komme ich da hin. Ne, dann ist ja, ist ja super. Rhyme, hattest du schon gespielt oder hattest du es noch nicht gespielt? Nice. Yay. Mein Bobbü. Yay. Eine weniger. Nur noch vier. Oh Gott. Wann die eigentlich gut erkennen kann, wenn man so ein bisschen mit offenen Augen durch die Gegend läuft? Wenn. So. So. Sonst hätte ich hier unten jetzt keinen gesehen. Ja, weiß ich ja nicht. Ob du es vielleicht irgendwo gesehen hast oder selbst gespielt hast. Ich meine, ich kenne auch sehr, sehr viele Spiele und würde auch sagen, sehr, sehr viele Spiele sind sehr gut. Aber habe sie selber nie gespielt. Ich habe zum Beispiel noch nie, noch nie ein Zelda gespielt. Ich habe aber sehr viel gesehen bei anderen Leuten. Aber habe ich halt nie selbst angefasst. Aber es gibt auch generell bei mir einfach Spiele, die ich nicht spiele, weil ich das selbst nicht spielen will. Raus reden kriege ich hin. Oh. Da geht es runter. Aha. Erstmal runter gehen. Wenn ich das hinkriege. Hui. Darf ich da runter, bitte? Da ist der Pummel. Da jetzt. Man muss wirklich nah an der Kante sein dafür. Oh, da geht es sogar noch rüber. Aha. So. Nächster. Okay. Oh Gott, emotional ist nicht gut. Das ist nicht gut. Mein Problem ist nämlich, ich bin, ich bin quasi im Wasser gebaut. Ich bin nicht am Wasser gebaut oder nah am Wasser. Ich bin im Wasser gebaut. Ich heule so schnell. Deshalb will ich immer froh, wenn ich kein emotionales Spiel das spiele. So, wo geht es hier hin? Oh Gott. Eigentlich jemand, der mich versteht. Äh, das ist ein Problem. Nein, 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 nein. Lass mich doch früher sprengen. Fuck. Ich will nicht sterben. Fuck. Okay. Ja, schade. Äh, wo wäre ich denn da dahin gekommen, bitte? Das sähe jetzt halt nicht so aus, als wäre das irgendwie ein Weg gewesen, den ich hätte nehmen sollen. Hm. Ich gehe erstmal nochmal, gehe weiter. Vielleicht sehe ich das nochmal von der anderen Ecke. hier. Wieso? Ich glaube, hier konnte ich sowieso nichts machen. Da musste ich so da, so da lang. Ich dachte eigentlich, würde ich halt hier hinkommen, ne? Also, aber irgendwie nicht so. Schade. Okay. 99% ist in Ordnung. Das ist aber... Wo wäre ich da hingekommen? Da wäre ich doch so da runtergefallen. Achso, ich hätte von hier rüber gekonnt. Ah. Achso. Ja, jetzt macht das Sinn. Jetzt ja. Nö. Das Ding ist, ich weiß, hier war ich wegen der Mail. auf jeden Fall. Ich glaube, hier bringt nichts. So. Hoch. Ich glaube, das ist nur ein Unterfallschutz. So. Ich muss da so oder so da lang, ne? Weil hier komme ich ja nicht lang. Da sehe ich das eher, die Licht. Manchmal habe ich ein bisschen Angst, ob sie sich noch festhält oder nicht. Gibt es bei Rhyme so einen kurzen Abriss-Story mäßig, worum es da geht? Also ohne jetzt Groß-Spoiler mäßig, so einfach nur so, ne? Wie jetzt bei Kena, das ist halt ein Mädel, die mit Spirits sprechen kann und so weiter und so fort. Ich habe jetzt nur ein bisschen Screenshots geschaut und kurz Videos geschaut bei Steam halt, aber nichts gelesen. Hätte ich vielleicht mal tun sollen. Ich gehe da lang. Kupf! Ich fühle mich ein bisschen beobachtet von den Kleinen, ne? Ich sehe hier auf jeden Fall nichts mehr. Ich glaube, der Rest ist wirklich komplett oben. in dem Wasserfall sehe ich auch nichts. Ah, das war die... Genau, da geht es zurück. Ist das alles bei dem? Ich hoffe, ich habe nicht noch irgendwelche Archer- Challenges vergessen oder so. Achso, das war die Ecke, genau. Achso, okay. Ah, okay, okay. Alles classified. Ja gut, mal schauen. Ich bin ja mal gespannt. Jo. Genau, da war die Spirit-Mail. Die ist weiter. Hüpf! Ganz ehrlich, ich finde das so einen süßen Touch, ne? dass egal wo du bist, entweder rennen sie dir komplett hinterher oder die hängen halt irgendwo in der Umgebung ab und das finde ich so super. Ne? Die sitzen einfach da. Irgendwer hat sich die Mühe gemacht und gesagt, okay, hier sind die ganzen Spots, wo die sitzen können und dann sitzen die da einfach. So gut. So, dann hoch. Nehme ich an. Ja, da geht's nur zurück. So. Es ist echt nur noch das Haus, glaube ich, ne? Rosu, ich mag dein Gebiet hier nicht. Da geht's immer überall lang. Ob ich hier nochmal irgendwo runter kann? Ich glaube fast nicht. Dööö. Sehr schön. Dann gehe ich weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so viel ist, was da noch rumhängt. Hm. Aber muss ja eigentlich, ne? Runter komme ich auf jeden Fall nicht. So, arbeitet für mich. Weißt du, da arbeiten wieder fünf und der Rest macht nichts. Das ist mal wieder tolle Arbeitsteilung bei denen. Nö? Ich habe jetzt gerade nur meine Pummels gehört und die knarzende Brücke. Ich weiß ja nicht, was du gehört hast. Vielleicht habe ich es gehört. Das wäre? war das Öl oder war das nur ein... Nee. Oh Gott. Ich habe letztens... Ich wollte eigentlich letztens reinschauen und hatte, glaube ich, die falsche Umfrage. Weil wir hatten die ja einmal neu gemacht. Ich gehe erst mal draußen gucken. Und ich war mir nicht sicher, ob das die richtige war. Weil wir hatten einmal eine Umfrage, wo Alien zwei Stimmen hatte und einmal hatten wir eine Umfrage, wo drei verschiedene Spiele eine Stimme hatten. Und ich weiß jetzt nicht, welches das Richtige war. Das ist so schwierig. Ich hoffe, es wird das am wenigsten Gruseligste. Gruseligste. Ich hoffe. Ach, Mensch. Und mein Partner sagte... Oh, nice. Ähm, dass Alien gar nicht so gruselig sei. Aber es ist halt auch... Er sagte halt auch... Subnautica ist nicht gruselig. Das ist halt alles sehr subjektiv, ne? Schwer zu sagen. Das Richtige ist das mit zwei Stimmen. Warte mal. Das will ich mal gerade gucken. Kleinen Moment. So. Da gucke ich mal kurz rein. Zeig mir her. Hm. Eine, zwei. Oh, da hat jemand auf Lea... Oh, Lea Sophia. Oh Gott. Ich habe da einmal reingeschaut bei irgendeinem LP. Ich habe sofort wieder ausgeschaltet, ne? Oh mein Gott, ey. Nö. Nö. Das wird der absolut schlimmste Tag, so richtig. Das wird der Horror... Also, literally der Horror für mich. Oh mein Gott, ey. Ich glaube, ich brauche auch das komplette Jahr, um mich davon zu erholen. Ja, ja, das war ja... Wir hatten die neu gemacht, weil jeder nur eine Stimme abgehen soll. Also, einmal ein Game auswählen und nicht halt meinetwegen einmal alles. Da hatten wir einmal angepasst. Ich weiß nicht, ob... Ich meine eigentlich, du warst... Warst du dabei? Das weiß ich gerade gar nicht. Oder muss ich die zweimal? Ich glaube, das hatte ich aber schon gemacht, ne? Ach so, genau. Das war... Genau, das war die aktuelle, wo... Ich glaube, ein neuter Lommi war das, der auch auf Alien gestimmt hatte. Dann ist das... Ist das die aktuelle, genau. Da hatte noch jemand zusätzlich auf... Auf Layers of Fear. Noch habe ich die Hoffnung, dass das Alien nicht so schlimm ist wie Layers of Fear. Ich hoffe. Oh, das wird schlimm. Boah, das wird unangenehm. Ah, guck mal, hier habe ich noch ein Gebiet. Was ist denn mit dir los? Läuft er da einfach rum? Auch mit einem Blümchen. Gut. Ich war halt so einfach hier noch nicht. Sehr gut. Typisch. Oh, der hat gleich den Hut mitgebracht. Oh, wie gut. Nice. Mhm. Aber eigentlich müsste ich dann auch da hochkommen, oder? Bestimmt. Und was macht das? Gar nichts. Da fehlt bestimmt... Ah, da fehlt ein Rad. Ach, da fehlt ein Rad. Mhm. Oh. Okay. Mhm. Yay. Jetzt haben wir den Schrein gefunden. Einfach komplett übersehen. Verdammt. Da komme ich wieder nur runter, so wie es aussieht. Ja. Sehr, sehr schön. Das heißt, ich bin... Oh, zwei und zwei. Nice. Ach so, das geht einfach nach vorne. Ich dachte, da fehlt eins. Ach so. Oh, warte mal. Oh. Oh, I see. Ist das jetzt die Frage, ob ich von hier reinkomme, oder? Ja. Nice. Ich mag diese kleine Rätzelein zwischendurch. Okay. Ja gut, aber ich denke mal, wenn man, wenn die Atmosphäre super ist, dann werde ich die doch bestimmt auch ohne die Filme, ähm, zu kennen. Ich wollte jetzt sagen gut finden, aber ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Ich meine es ja... Genau. Dead Space finde ich... Ich hab den... Ich hab's nicht selber gespielt. Ich hab's mir angeschaut. Und mir war schon beim Zuschauen sehr unangenehm. Aber die Atmosphäre war halt einfach super. Vor allem, wenn halt auch einfach gar nichts passiert, ne? Das ist halt... Was ich nämlich nicht so mag, sind Jumpscares. Das ist immer so ein bisschen... Da mag ich lieber diesen... Diesen unangenehmen Horror. Also diesen... Ne gute Atmosphäre Horror. Den... Den finde ich da, glaube ich, besser. Besser? Nicht gut. Ja gut, das ist natürlich... Das ist wieder was anderes. Ich werd's wahrscheinlich eher als... Als Standalone-Game ohne Franchise sehen. Als... Ich meine, klar, ich kenn irgendwo Aliens und so weiter. Auch Predator und so ein bisschen. Aber halt nicht so in-depth, dass ich die Filme gesehen hab, weiß unbedingt, was die können oder sowas. Aber ich hab's schon mal gesehen und ich kenn... Dass es die zwei gibt und sowas. Das ist ja nicht komplett... Unbekannt. Ich mein, wär auch ein bisschen komisch, wenn man noch nie ein Alien gesehen hätte. Ähm... Wenn man irgendwie das Internet nutzt oder sowas. Wart mal. Das heißt, da komm ich da rüber? Ist da eine Blume? Das ist eine Blume! Jo. Das ist so gut, dass man hier Slow-Mo drin hat, ne? Nice! So, ihr nehmt das. Ich mach das auf. Und das finde ich auch mein Hut. Oh, eine Feder! Yes! Oh, guck dir an, wie süß das ist! Oh mein Gott! Das ist einfach das süßeste Spiel ever. Okay. Was sagt die Karte? Ein Hut, ein Hut, zwei Rots. Nice. Oder geh ich da lang? Komm, ich geh da lang. Genau, da komm ich nur zum Schreien. Richtig? Richtig. Hups. Rüber, bitte! Nice. Okay. Da war ich. Achso, da bin ich lang gegangen, genau. Alles gut. Ich war da schon, ich war da schon. Ich kann mich orientieren. Ich schaff das. Das hab ich komplett ignoriert. Erstmal kam er halt hier runter und hatte dann hier auf dem Gebiet einen kleinen Bosskampf. Und dann hab ich das einfach komplett stehen lassen. Nice. So. Das heißt, ich war jetzt in dem Ding hier. Ich geh jetzt nur noch mal hier rum. Okay, dann glaube ich jetzt gerade noch mal hier schauen und dann darüber. Ich glaube nicht, dass das unbedingt auf dem Rückweg ist. Hoffe ich. Also ich glaube, hier habe ich vor allem auch sehr viel nach oben geschaut. Einfach weil ich hier den Bogen neu hatte. Ist das irgendwas? Ich glaube nicht. Also irgendwas bestimmt, aber... Hm. Das Gefühl, das habe ich schon mal gemacht. Okay. Äh. Ich glaube einfach mal nicht. Also ich würde mich nicht drauf, äh, verlassen, dass das passiert. Ich würde erstmal davon ausgehen, dass das nur an dem Tag gespielt wird. Das Problem ist, ich bin bei sowas halt auch nicht sonderlich schnell, ne? Ich bleibe sehr viel stehen oder versuche mich irgendwo hinter zu verstecken, aber das versuche ich auch so immer. Dich habe ich ja gar nicht gesehen. Wie kriege ich dich da raus? Mit dem Ding hier? Oh. Aha. Das kann Sachen blühen lassen. Das wusste ich gar nicht. Ha. Aus da. Nice. Genau das. Genau das. So geht es mir damit auch. Ich glaube, das ist generell einfach eine gute Haltung. So. Mal schön auf das rosa, rosa leuchten achten. Dann, dann ist schon gut. Dann sollte man die eigentlich, eigentlich finden. So. Ich gehe jetzt nochmal oben rum, weil ich habe ja jetzt hier oben scheinbar doch einiges übersehen. Durch meine unglaublich aufmerksame Spielweise. Nope. Äh. Eingang, genau. Müsste, glaube ich, nochmal hoch. Hoch? Wo komme ich denn da nochmal raus? Wo komme ich da nicht oben raus? Ich weiß nicht, was war da drin? Daran erinnere ich mich vielleicht nicht. Nur mal gucken, ne? Wer weiß, wie viele Sachen hinter Wasserfällen versteckt sind. Wahrscheinlich einige. Da. Die Idee ist cool, ne? Aber das ist sehr unangenehm. Schön mit dich halten. So. War ich da schon? Wobei, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwas in der Boss-Arena verstecken, oder? Ich glaube, ich glaube, die hatten hier ein bisschen Geld drin. Kein Pummel oder so. Kein Pummel! Nee. Das einzige Horror-Spiel, was ich, also wirklich, wirklich, wirklich horror-dediziert-Horror-Spiel, was ich gespielt habe, ist Amnesia. Und ich habe mir direkt nach dem Spiel bei Steam eine Kategorie mit Nope erstellt. Dann habe ich das reingezogen. Und dazu habe ich gezogen, den zweiten Teil von Amnesia, oder war das ein Add-On? Weiß ich nicht, was das war. War es mit Pigs, Mission for Pigs oder sowas. Und Outlast. Das ist so, beides reingezogen und dann wird das da vergammeln. Ach ja. Wie die ganzen Skills bei Neo. Die sind auch alle da in der Nope-Gruppe. Wird nicht angefasst. Genau, dich habe ich aufgestellt. Hier ist links oben, ne? Ja. Genau. Hm, das habe ich gehört. Beziehungsweise auch irgendwo gelesen, glaube ich, dass das remaket wird. Ich weiß ja nicht. Lieber nicht, vielleicht. Ich werde einfach jetzt schon gestresst, wenn ich daran denke. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Was haben wir für einen Tag? Wir haben den 16. Wie viele Wochen ist das? Zwei? Oder ist das... Zwei Wochen ist das schon, ne? Glaube ich, ja. Zwei Wochen noch. Jetzt bin ich doch da. Ich dachte, ich wäre da... Ich bin verwirrt. Ich glaube, ah nee, das war der Anfang. Ach. Ja, ja, ja. Ach, das ist der untere Teil, wo ich gerade eben auf dem Feld war hier. Mhm. Ganz ehrlich, was mir in dem Spiel noch fehlen würde, wäre so ein Gleiter oder sowas. Das wäre super, wenn ich jetzt einfach hier runterspringen und da reinspringen könnte. Hat dann zwar wieder so ein bisschen Genshin-Impact-Vibes, aber das ist vollkommen in Ordnung. Ja, ich weiß nicht, so Spiele mit einer guten Atmosphäre oder gut, sagen wir mal so, finde ich echt besser als diese Jumpscare-Games. Mit denen komme ich irgendwie so gar nicht klar. Ich komme jetzt von da, ja? Ich komme von da, genau. So, das Problem ist ja, ich habe ja jetzt Russo hier gar nicht mehr, ne? Das heißt, die Challenges kann ich auch nicht mehr machen. Doch, ein paar Challenges kann ich nur machen. Aber die habe ich ja gemacht. Warte mal. Hab ich vergessen? Genau. Die habe ich gemacht. Ich hätte da gerne irgendwo einen Haken dran. Ah, guck mal, die habe ich noch gar nicht aufgemacht. Wo ist denn hier? Was ist denn das Blümchen? Ich glaube, der war hier hinten, ne? Let's go. Ich frage mich, ob das noch irgendwie so ein richtiges Viech wird, je mehr Pummels ich habe. Das sieht schon cool aus, aber nie so richtig fertig. Hm. Mir ist doch nie aufgefallen, dass das alles so ein bisschen grüner macht, ne? Das ist voll cool. So. War jetzt aber leider nichts drunter, so wie es aussieht. Hm. Na gut. Mir fehlt. Ich habe schon wieder vergessen. Oh, mit nur noch ein Pummel. Okay. Der ist eigentlich gut zu finden. Das Ding ist, bei Challenges bekommt man eigentlich nur so Kisten oder sowas. Aber wobei, ein Pummel hatte ich schon mal in der Küste. Das ist mir gerade so. Ja, Kisten sind ja eigentlich egal. Kann ja dann nicht in der Challenge gewesen sein, aber kann vielleicht schon. Ich dachte gerade, da wäre was. Das ist auch nichts. Warte mal, ich habe neue Hüte gefunden, ne? Klar, Moment. Ich muss noch shoppen gehen. Zwei Federn auf jeden Fall. Zwei Blümchen. Squash auch. Oh mein Gott. Stimmt, der eine hatte den dann dabei? Ah, guck mal. So. Davon haben wir zwei zu viel. Die machen wir auch. Ah, guck mal. Die Blümchen habe ich schon. Nice. Und auch zwei Squashes mit. Ich finde das gut. Okay. Ich glaube, dann habe ich alle drin, ne? Außer Party. Party finde ich nicht so schön. Muss ich sagen. Kein Fan von Party. Alle anderen lasse ich drin. Hm. Genau, also wenn es abused wird, wird es halt auch einfach unangenehm. Vor allem, ich bin ja, ich bin ja so ein etwas schreckhafter Mensch. Ist dir vielleicht schon aufgefallen? Und das ist für mich halt echt anstrengend, ne? Klar, so eine beklemmende Atmosphäre ist auch irgendwo stressig und sowas. Aber ständig erschreckt zu werden, das ist halt irgendwie auch körperlich anstrengend für mich. Na, das ist dann, ja, so ein, zwei Mal ist noch ganz lustig, aber es wird sehr, sehr schnell sehr anstrengend für mich. Ich bin froh, wenn das weg ist immer. So, aber da komme ich ja nicht hoch, da kann ich mich nicht festhalten. Ich glaube, der eine wird dann bestimmt auf dem Rückweg sein. Gehe ich mal ganz stark von aus. Okay, so, die linke Ecke habe ich abgegrast. Das heißt, ich kann jetzt einmal hier so lang, ne? Ja. Ja. Äh, stimmt. Ich mag diese Slides irgendwie nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich verpasse was. Fehlt dir eigentlich nur noch das? Ich meine, zur Not potte ich nochmal hoch, ne? Warte, war das nicht die Stelle mit dem, mit dem Dingens? Und dem Dingens? Äh, mit dem, mit dem. Ich will die ganze Zeit Aufzug sagen, aber der geht horizontal nicht. Nicht nach oben. Da, wo ich eben stand. Wo war denn das? Oh, hier habe ich meditiert. Warte mal, ich gehe aber trotzdem nochmal gucken. Nicht, dass hier auch ein Pummel ist. Ich habe mit meinen Adelaugen das Gebiet scannen. Ich sehe auf jeden Fall keinen rosa Gebümmels. Also, mein Partner sagte mir, er hat so ungefähr 10 Stunden gebraucht, war das, glaube ich. Aber er hat nicht komplett durchgemacht. Also, 100% gemacht. Ich denke mal, mir kommt drauf an, wie schnell ich, wenn ich jetzt so lange immer suche wie hier, wird es natürlich was länger dauern, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie groß das ist. Also, ich tippe mal fast so 20 Stunden, kann ich mir vorstellen. Ich habe es gesehen. Von wegen nichts auf den Rutschen versteckt. Okay, ist nur Geld. Ich brauche immer noch den Pummel. Scheiße. Schade. Sag mal, ich habe da noch weiter gehen können. Warte mal. Da muss ich nochmal hingucken. Wo ist mein Port-Punkt? Von rechts. Okay. So. Hier rechts irgendwo. Da. Hoch, bitte. Da. Yes. Äh, war das hier lang? Ne, war es nicht. Genau andersrum. Ja. Auf geht's. Nein. Wieso springst du nicht? Kina, spring! Ich hasse dich, Kina. Wieso bist du nicht gesprungen? Ach, Menno. Nein, halt nicht. Ich versuche mal nochmal. Beat Saber. Mhm. Okay. Ja, viel Spaß. So. Nochmal. So, das war da lang. Oh, das ist jetzt direkt davor, ist echt. Ja. Müssen wir mal dahinter schauen. Ja. 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 Sag mir nicht, hier ist nix. Ah, wie fies. Oh. Okay, Spiel. Dann halt nicht. Ja. Ja. Das ist eine Bummel, ne? Schlimm. Oh. Oh. Da oben war ich auch schon. Ich gucke jetzt nochmal auf dem Weg komplett nach unten. Hm. Vielleicht ist da wirklich noch einer. Mal kurz gucken. Nix. Aber es ist schnell die Blümchen angeschaut. Nicht, dass wieder ein Blümchenpummel dabei ist. Das ist so ominös aus hier, ne? Aber hier ist nix. Genau, hier wollte ich gucken. Aufzug. Ich meine, der geht ja ein bisschen hoch, ne? Kann man schon aufzug so sagen. Denke ich. So. Der ist echt ein bisschen tricky, der Kleine. Wo könnte ich den liegen gelassen haben? Ich meine, in dem Gebiet glaube ich irgendwie nicht. Da kann ich mir echt nur Rostusgebiet hier vorstellen, hauptsächlich. Wie die alle da warten. Leuchtet auch nix. Leuchtet gefühlt irgendwie alles gerade, aber... Ich gehe langsam. Gibt es auch nichts. Hier ist doch nichts. Hier ist doch nichts. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Da geht es dann komplett nach unten. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Ein mittelschweres. Ist aber auch nicht mehr... Ist das noch das Gebiet, das ist nicht mehr, ne? Das hier unten zählt, da noch dazu. Da war ich auch. Ich glaube, ich gehe nochmal hoch. Nochmal bei Rusu. Safety first. Aber das porte ich definitiv. Das glaube ich nicht nochmal. Weil ich glaube, der Weg davor war relativ straight forward. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das da ist. Ehrlich gesagt. So, porte mich nochmal bitte. Das Haus. Ja. Ich war ja auch schon mal auf einem Haus, ne? Weil ich nicht glaube, oder? Was ist das hier irgendwie... Sieht nicht unbedingt so gewollt aus. Nicht so richtig, ne. Ich könnte nochmal versuchen, mit dem... Wie heißt die Dinger eigentlich? Mit diesen Blümchen was zu machen. Wobei irgendwie ohne... Ohne Gebümmels jetzt auch nicht viel bringt, ne? Ich fände das gut, wenn die Pummels einfach ihre Freunde finden könnten. Das fände ich super. Ich versuche jetzt gerade vor allem auf dieses rosa Leuchten und Blinken zu achten. Und wenn ich irgendwo länger in eine Richtung starre, dann ist es auf jeden Fall deshalb. Jetzt habe ich das gar nicht. Wo ist nochmal das Ding, wo ich... Warte um. Ah, es war fast zu kurz. Alles gut, hat gepasst. Hm. Das ist doch das Ding, ne? Das kann überall sein. Theoretisch. Puppel, wo bist du? Hm. Sag doch mal was. Ihr könnt ja mal mitsuchen. Ich habe das Gefühl, die gucken die ganze Zeit nur mich an. So. Da habe ich meine. Nee. Ich glaube, hier war auch ein Hut. Ich glaube nicht, dass das alles so geballt ist in der Regel. Sagen eher nicht. Ich kann ja auch mal rutschen. Ich bin das letzte Mal auch schnell gerutscht. Wiii. Toll. Sehr, sehr toll. So, dann wieder rum. Könnte sich verstecken. Kann die... Kann diese Pummelform vielleicht nochmal irgendwas anderes, was ich nicht weiß? Ich habe ja jetzt gerade erst herausgefunden, dass die so Zeug zum Wachsen bringen können. Ich gehe mal nochmal rüber mit denen. Ah, Karma. Nice. Karma ist aber gut. Hier ist es zu spät. Okay, schade. Hm. Ich bin mir gerade so unsicher, ob ich das Ding schon benutzt habe. Vor allem in welche Richtung überhaupt? Also, scheißegal, es geht bald in die gleiche Richtung. Na gut. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich glaube nicht. Hm. Wenn, falls irgendwo jemand was bummeln gesehen hat. Oder leuchten oder glitzern oder wie auch immer man das nennt. Der möge sprechen, aber... Also in dem Gebiet bin ich mir fast sicher, dass da nichts mehr ist. Warte mal noch in die Upgrades gerade. Gerade mal in die Upgrades gucken. Wie viel habe ich überhaupt? 580. Parieren scheinbar sowieso nicht. Ich will, glaube ich, mal das Schild machen. Ich glaube, das ist eigentlich ganz hilfreich. Wenn ich es denn endlich mal benutze. Ich sage mal so, wenn ich ein paar erfolgreiche Kämpfe damit gemacht habe, dann kann ich das, glaube ich, mal auch springen. Wo ist der letzte Pummel? Ich hatte schon ein bisschen Sorge vor dem Gebiet. Ich weiß jetzt auch warum. Schwierig. Da geht es wieder nur da rein, um wieder da hochzukommen. Braucht ich lieber. Als daran aber durchzugehen jetzt die ganze Zeit. Komm, gehen wir nochmal umgucken. Vielleicht kann ich da ja auch irgendwie Pflanzen zum Leben erwecken. Ich glaube zwar nicht, aber mal gucken. Vielleicht hat er da irgendwo ein Feld oder so. Okay. Wenn gut, von hier oben werde ich sowieso kein Glitzern sehen wahrscheinlich, aber... Pummel, es hilft mir doch. Könnt ihr euren Freund doch wahrscheinlich am besten auch spüren. Besser als ich. Vor allem, die hängen ja auch immer irgendwo drin, ne? Das heißt so, mit dem Gras wird das wohl nicht sein. Achso, das war... Achso, das war... Nee. Nee. Das mach ich jetzt nicht. Ah, da hätte man, glaube ich, den Meditationsspot gesehen, ne? Ich sehe keinen. Ich nehme das Ding jetzt einfach mal mit. Geh. Aber ich merke gerade, wenn man das Ding hat, ne? Da haben die ihre Hüte nicht mehr an. Hier war schon mal einer. Ich sehe das an den Pilzen. Hm. Pummel, Pummel, Pummel. Du musst mir ein bisschen Sorgen. Ein bisschen kommen Schmerzen gerade. Also, nicht literally, aber... Hm. Darüber komme ich halt auch nicht. Ich habe das Gefühl, der müsste vielleicht dann doch weiter vorne sein. Schwierig. Im Endeffekt bin ich jetzt einfach durch. Ah, ich bin halt bei dem Angebot auch durch. Hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Ich gucke gerade so ein bisschen durch das Gebiet. Ich sehe es einfach nicht. Nicht so einfach. Ich sehe es schon kommen, der ist irgendwo komplett offensichtlich. Aber ich sehe es einfach nicht. Ich geh mal zum Gorge zurück. Ich hab das jetzt halt hauptsächlich so weit hinten gemacht, bei Rusu. Weil das für mich einfach so ein Ding war. Weil an der einen Stelle war ich ja komplett noch gar nicht. Vielleicht ging ich davon aus, dass ich wahrscheinlich dort mehr übersehen hatte. Also nur noch der Weg hier hinten. Mir ist das auch nicht. Seine Pomme macht mich wahnsinnig. Ich krieg dich noch. Mach's nur ab. Vor allem suche ich jetzt sehr, sehr intensiv nach diesem rosa Geleuchte. Ich meine, den übersieht man wahrscheinlich relativ zügig, wenn man einfach nur läuft. Ich verwechsel mittlerweile schon diese hellen kleinen Blumen damit. Das sieht auch noch gut aus. Das ist so fies, ne? So fies! Hier unten vielleicht drin. Ich versuche auch gerade so ein bisschen hinzuhören. Weil wenn man das macht und einen trifft, dann macht das ja so dieses Tuck, 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 Tuck. Habe ich halt auch noch die Hoffnung, dass ich einen finde. So, aus Zufall oder so. Genau, hier war ich ja eben auch schon. Also klar war ich hier eben auch schon. Ich bin ja jetzt nicht das erste Mal hier. Aber Wobei ich hier auf dem Weg ja auch schon einen vergessen habe, ne? Also eigentlich ist das gar nicht so abwegig, dass ich hier vielleicht noch einen vergessen habe. Nur auf welchem Weg? Ich glaube, ich habe sogar zwei gefunden. Vielleicht sollte ich einfach beim ersten Mal ein bisschen genauer gucken. So, den habe ich da hinten. Wieso verstecken sie sich eigentlich so gut? Das soll man nicht so tun, als wäre es nicht das perfekte Leben, einer Frau hinterher zu rennen, die einem lustige Hütte aufzieht. Also wirklich. Hm. Hm. Sie sehen alle sehr glücklich aus. Ich weiß gar nicht, was der hat. Ja. Ich muss schon über einen Bären. Hm. Sie sehen auf jeden Fall kein Ruhrsack über Milz. Das sieht halt schon so ein bisschen begehbar aus, aber halt auch nicht so richtig, ne? Ich weiß doch gar nicht wie. Hm. Darf ja eigentlich nicht so tief fallen. Genau, den habe ich geholt. Hm. Hm. Ich glaube viel mehr Wege hat man hier sowieso nicht. Aber vor allem neben der Spirit Mail hier. Das ist ja glaube ich so das Hauptding, das man hier bekommen kann. Die da unten habe ich auf jeden Fall schon, aber da ist auch nur einer, ne? Hm. So schwierig. Okay. Vielleicht wäre hier noch irgendwo einer. Ist ja so schwierig. Das kann doch nicht einfach nicht da sein. Der muss irgendwo sein. Achso. Ne? Hm. Das wäre glaube ich auch zu tief hier. Ne. Also wäre da die Brücke glaube ich nicht. Hm. Tina sagt doch mal, wo ist denn der? Oh ja. Ist auch nichts irgendwie versteckt oder sowas, ne? Dass man das irgendwie sehen würde. Ich gehe nochmal zu dem Weg zur... Warte mal. Achso. Das ist nur um wieder hochzukommen. Nehme ich an. Ja. Da kann ich mich nicht festhalten. Okay. Ich gehe nochmal zur Spirit Mail Stelle. Vielleicht ist da irgendwo einer. Ich glaube nicht, aber... Checken. Checken. Ne. Leider nicht. Hallöchen! Äh, doch, ne? So, aber... Könnte denn sonst sein? Ich könnte drauf wetten, dass es irgendwo bei Russo ist. Ich meine, hier kann man sowieso nicht so gut verstecken, ne? Weil der Großteil irgendwie eh Rutsche ist. Ja! So. Der muss doch hier irgendwo sein. Diese Pflanzen gehören verbannt. Scheiße, ey. Kann ich hier runter? Ihr nicht. Ja, noch nicht. Ich kann ja auch von hier nochmal rüber gucken. Äh, noch nicht so weit. Hier, ich hab... Ähm... Gerade, was heißt, gerade beim letzten Mal hier das Gebiet hier fertig gemacht und bin jetzt nur noch beim Vervollständigen. Ich suche jetzt gerade das letzte Puppelchen in dem Gebiet hier und wollte dann weitermachen, aber ich finde es gerade einfach nicht. Es möchte sich einfach nicht finden lassen. Hm. Muss vielleicht bei Russo ein bisschen strategischer vorgehen beim Durchkämmen. Wenn die Karte ja jetzt auch nicht hilft, ne? Ist ein bisschen... Bisschen groß. Los! Let's go! Sehr schön! Habt ihr gut gemacht. Voll gut. Das leuchtet auf jeden Fall nicht. Weil selbst wenn ich da irgendwas machen muss, man sieht das ja trotzdem leuchten. Auch wenn es jetzt irgendwo unter einem... Blätterhaufen war. Es hat auf jeden Fall immer geleuchtet. Die Challenges habe ich jetzt schon alle durch. Mein Russo ist eh nicht mehr da, ne? Aber... Hm. Das ist echt schwierig. Das macht auf jeden Fall nichts mit dem. Bringt das überhaupt was? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon gemacht habe hier mit dem Ding. Dann nicht. Hm. Hm. Kaputt machen kann ich auch nicht. Kann generell nichts kaputt machen. Hm. Das war jetzt der Etage, das Haus auch nicht, ne? Sieht nicht so aus. Nö. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich bin jetzt von... Von hier unten hochgelaufen. Bis hierhin. Auch vorhin schon einmal. Und bin jetzt gerade alles am... Am durch... Durchschauen. Ich glaube da ist die E-Richtung ja schon fast egal, oder? Hm. Hm. Ich suche halt einfach die ganze Zeit nach diesem rosa... Rosa gebümmelt. Äh, muss der ja sein. Ach so. Äh, das dreht sich in beide Richtungen. Interessanterweise. Also, es dreht sich nicht in beide Richtungen. Beide... Beide Dinger drehen in die gleiche Richtung. Dreht sich immer nach vorne. Ja. Ich weiß, das funktioniert so nicht. Das macht keinen Sinn, aber... Gibt mir halt auch irgendwie so kein Feedback. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Ist halt ein bisschen schwer sich dran zu erinnern an alle Sachen, die man vielleicht schon gemacht hat. So, auf dem Dach war ich auch schon. Da habe ich auch nichts gesehen. Das hilft mir auch nicht. Kann hier nicht irgendwo ein Pummel versteckt sein? Mann. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Dabei hatte ich immer das Gefühl, dass die eigentlich relativ offensichtlich sind. Eigentlich relativ. Hm. Das habe ich schon zum Blühen gebracht. Wieso leuchtet es hier nicht? Das Eulenrätsel? Das... Wo man das mit dem Blümchen bekommt, ne? Da war ich ja gerade schon... Also... Vorhin... Wann... Hier das Ding... Da habe ich den Pummel hier am Anfang aufgesammelt. Das Rad benutzt. Hinten den Hut geholt. Aber ich habe es ja auch nicht mehr leuchten sehen danach. Da geht es auch nicht lang. Da kann man so ein bisschen pulsieren. Vielleicht übersehe ich es halt auch einfach. Ich meine, ist halt auch recht schwierig, ne? Das sind... Wie viele? 13 Stück. Ne. Hm. Da helfen mir meine Adler Augen leider nicht. Schrecklich. Das kann halt auch eigentlich überall sein. Das ist das Schlimmste. Das Allerschlimmste. Ich weiß nicht, in welchem Gebiet das sein könnte. Also... Klar, in dem Gebiet hier, aber... In... In... In den Gebirgen. Aber das ist ja... Nicht gerade klein. Aufzug. Gehe ich gleich auch nochmal rüber. Beim Klippenrätsel? Welches ist denn das Klippenrätsel? Üp. Üp. Also ich weiß, dass irgendwo ganz am Anfang unten eins war. Ähm... Dann war irgendwo auf halber Höhe eins. Ja, ich... Ich glaube... Eins hatte ich da auch schon geholt. Relativ am Anfang, wo das... Wo der... Wo der Portpunkt ist. Der ist ja irgendwo da. Und da kann man direkt rechts runter. Da habe ich auch einen gesehen, ja. Den habe ich geholt. Da war auch kurz danach die Post. Ich habe schon so viele geholt hier. Es ist echt schwierig, den Überblick zu halten. Oh. Weil das ist ja immer am... Am rosa leuchten. Das... Wie kann man das übersehen? Dann... Ja! Ja! Da war auch nix. Achso, stimmt. Das war ich hier auf jeden Fall auch nicht. Ich... Hm... Es ist immer der Letzte, ne? Es ist immer der Letzte. Grausam! Da ist jetzt viel tot. Hier ist auch gerade nochmal hier, ob es vielleicht irgendwo rosa leuchtet. Ich will mich da jetzt nicht ranhängen. Eigentlich. War jetzt nicht so mein Plan. Mir geht's auf jeden Fall auch nirgendwo anders hin. Da kommt auch direkt der Aufzug, das ist ja schön. Ich kann ja auch auf nix schießen, ne? Nee. Hm. War ja auch schon dran. Na gut, dann nach oben. Wie schafft dieses eine kleine Vieh, sich so gut zu verstecken? Faszinierend. Ich will jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit so durch die Gegend laufen. In den meisten Fällen springt ja sogar dieser Hauptböbel auf meiner Schulter dahin, ne? Wenn man da genug dran ist. Das hätte doch auffallen müssen. Hm. Hallo? Keiner da. Ne. Ich dachte gerade, ich hätte was gesehen. Ich glaub mittlerweile bilde ich mir Säufe ein. Aber weiter oben war hier nix, ne? Hm. Ich hab halt ein bisschen Angst, dass das irgendwie mit ihm zusammenhängt. Also zu dem Zeitpunkt, wo er noch hier war. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das davon abhängig machen würde. Hier. 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 Sicher hat auch nix hängen, ne? Also nichts, was nicht irgendwie zu einer Challenge gehört. Fragen über Fragen. Ich könnte es nochmal versuchen, wobei das hat ja extra so Schusssymbole. Das macht eigentlich wenig Sinn. Das habe ich auch schon freigeräumt einmal. Und selbst wenn, würde man das dadurch sehen. Schwierig. Wenn ich es gar nicht finde, dann gehe ich erst mal weiter, aber ich will den schon gerne finden. Vor allem die ganzen anderen liefen hier relativ zügig. Finde ich. Vor allem die ersten. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass das irgendwie ein Punkt ist, der nicht ganz im Gebiet ist oder irgendwas. Dass ich irgendwie mehr in ein anderes Gebiet gehen muss, aber da irgendwie das für hier zählt, weil das nicht ordentlich ist oder so. Aber das kann ich mir eh nicht vorstellen. Weißt du, wo die sind? Wahrscheinlich nicht. Gut Job, hilf mir. Ich habe gerade auch keinen neuen. Okay. Ich denke, ich gehe jetzt noch einmal zurück. Wenn ich es dann jetzt nicht finde, dann gehe ich erst mal weiter. Hm. Ich denke mal, das suche ich dann irgendwann auf Stream. Ist ein bisschen sinnvoller. Bei euch ein Pummel. Natürlich nicht. Ich mag, dass wir ihnen ja unterfallen. Das sieht sehr lustig aus. So, da war ich ja auch schon. Ich habe jetzt auch nichts gesehen. Okay. Ja. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall auch keinen Punkt, wo ich noch hinspringen könnte. Außer dem Blümchen da. Da war ich ja schon. Ach, ist das schwierig. Ja. 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 Deswegen ist die leuchten ja auch eigentlich, ne? Die sind auch einfach nicht mehr am leuchten. Ich glaube, das habe ich schon gemacht. Bin mir fast sicher. Aufzug. So. Ich auch nicht zufällig irgendwo seitlich raus, ne? Ne. So schwierig. Mensch. 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 Wie die sich alle freuen. Das ist so gut. Was? Achso, da oben. Okay. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Da komme ich hier auf jeden Fall nicht. Also, ohne die Blumen. Das wäre mein Tod. Es ist so schön hier. Das hat kein Recht, so schön zu sein. So. Letzter Weg. Nichts. Na gut. Na gut, Spiel. Dann gehe ich ja leider. So fies. Ich meine, da drüben war ich auf jeden Fall auch schon. Da brauche ich nicht nochmal hin zu schwimmen. So, dann gehe ich doch mal was weiß ins Village, ne? Ich meine ja. So. Dahin bitte. Ach stimmt, dann kann ich die eine Post noch abgeben. Nice. Wo ist die denn? Hinter mir. Ich habe deine Post. Oh, hi. Ach, das war die. Aha. I. Ach so, das geht automatisch. Cool. Das heißt, mit dem kann ich jetzt so ein bisschen den Weg sauber machen, ja? War hier nichts Zeug auf dem Weg? Hm. Das kann ich wegmachen? Ach, das ist ein Schrein. Ah. Nice. Manni. Muss ich ja auch hier reinkommen, ne? Was ist das? Ey, ein Pummel. Nice. Kannst du nicht der Pummel sein? Bitte. Die sehen immer alle fürs Village, ne? Ja. Schade. Ich hatte gehofft, weil die Post aus dem Bereich ist, aber nee. Eher nicht. So, konnte ich jetzt sonst irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, da hoch komme ich auch nicht. Nö. So, dann gehen wir die Maske wegbringen, glaube ich. Ich glaube, das war das Ziel. Warte mal. Ich habe da so ein Ding ins Haufen gesehen. Den muss ich mir gerade wegmachen. Ich glaube, da hinten komme ich noch nicht so ganz hin, aber mal gucken. Ich kann mir vorstellen, dass das halt auch weggebracht wird, sobald ich da rein kann. Falls nicht, mache ich es nochmal per Hand. Aber Geld? Oh, nee. Nice. Skippunkte. So, dann. Genau. Da gehen wir mal zum Schrein. Hallo. Na? 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 Na Castell- Ziemlich. Ich meine, ich habe nicht einen Menschen getroffen bisher. Bist du Adira? Ah, ne, sie ist, sie, die, die, der Woodsmith ist Adira, denke ich mal. Das macht mehr Sinn. So. Maske. Okay. Und schön gründlich heute. Oh, ich würde so gerne tauchen können hier. Das ist so schön. Aha. Ich wollte schon sagen, hier nichts aufstecken wäre ja fies. So, das ist ein Schrein, den kann ich hier wegmachen. Merken. Kann ich das irgendwie? Nö. Das kann ich auch wegmachen, wobei das sieht eher aus wie etwas, was ich nicht selber wegmache. So. Schon mal gerade aufmachen. Ich bin doch gar nicht. Doch. Starhawks. Das zählt doch als Village. What? Das ist 25. Starhawks. Okay. Oh mein Gott, ist das ein rieses, riesen Dorf. Echt. Shit. Kann ich die benutzen, oder? Okay, damit schon mal nicht. Kann ich das ja auch mit dem, mit dem Fies? Hm. Was ist das eigentlich, ne? So, die Frage, wo kriege ich das her? Kann jetzt auch nicht ewig weit her sein, äh, ewig weit weg sein. Okay. Halt mal wieder an. Bitte? Ja. Wieso ist das so riesig hier? Shit. Dann lassen wir ich auch mal auf. Noch mehr Geld. Was soll ich denn damit machen, ey? Ja. Ich will mehr, mal mehr, lieber mehr Puppels oder mehr Hüte. Ah, guck mal. Sobald ich das weggemacht habe, kann ich dann auch die Brücke hier rüber nutzen. Das ist gut. Ich würde so sagen. Hm, guck mal, da geht's auch runter. Ich will jetzt aber erstmal hoch. Achso. Gar nicht gesehen. Aha. Nice. Yay, verswürft dich. Okay, da ist zu. Das zählt auch noch als doof. Okay, da ist sogar zu. Okay. Okay, okay, okay. Also es ist halt auch einfach schön zu sehen, dass wenn man irgendwo hingeht in der Ecke, man weiß einfach, da ist irgendwas. Also es ist auf jeden Fall irgendwas versteckt. Das finde ich gut. Okay. 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 Achso, leuchten einfach manche. Gut, da komme ich noch nicht wirklich rein. Das ist bestimmt auch wieder wunderschön, sobald das Wasser ein bisschen gekliert ist. So, dann gehe ich linksrum nochmal. Würde ich sagen. Soll ich hier nochmal? Ach, guck mal, hier kann ich auch nochmal Post abgeben. Das ist halt echt ein Riesendorf, ne? Krass. Ist das was für ein Geräusch? Hm, schade. Ah, da ist eine Kiste. Eine Verfluchte. Hm. Na dann? Ja. Let's go. Ja. Entschuldigung. Ja. Muss Schaden machen. Au. Achso, ich kann die Dinger kaputt schießen. Cool. Nein, hol... Rekzak. Achso, die kleinen zählen nicht mal, ne? Kann das sein? Nein. 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 Ich habe das Gefühl, der hat heute ein richtiges Problem mit aus dem Modus des Schießens rausgekommen. rauszukommen. Ach, warum? So. War jetzt nur die Kiste, ne? Okay. Apropos Kiste. Ich habe sogar fast alle. Stimmt, die waren ja auch alle in den Häusern, ne? Irgendwie ist das ein bisschen komisch, wenn ich auch Mail hier im Dorf finde, wenn ich die immer nur im Dorf auch abgebe. Ah. Ein paar Punkt. Ich könnte mal gerade meinen Browser ausmachen, falls der stört. Who knows? Kann ja schon mal sein, gerade bei Chrome. Schau mal nicht. Schau mal nicht. Ah, guck mal, hier kann ich aber noch ins Wasser gehen. Ah, ich habe da was gesehen. Komme ich da hin? So schau mal nicht. Achso, wahrscheinlich, wenn das, äh, gereinigt wurde. Gehe ich mal von aus. So, nochmal ein Paket, ne? Erstmal aus dem Umgehen. Erstmal das. Mal Post. Stellen. Post selber ja, nicht wirklich. Okay. Ich habe das Gefühl, ich sollte vielleicht eher erkunden, wenn ich, äh, das gereinigt habe hier. Ich weiß doch gerade gar nicht, wo ich die hinstellen soll. Ich glaube, ich habe noch gar keinen Platz gefunden dafür. Bisher nicht, ne. Noch eine. Ah, ist das wieder so eine, so eine Dreierstelle irgendwo, hm? Was soll der schreien? Hm. Finde ich gleich bestimmt. Ah, guck mal, da ist auf jeden Fall Diploma. Au. Ich wollte sie mit auch eh wegmachen. Du, das ist wirklich mal stillhalten. Treff doch sonst gar nicht deine, deine Punkte da. Voller Leben. Au. Nice. Ah, nice. Oh, bedroff. Das ist gut. No damage! Das ist sehr schön. Okay. Und dann erstmal alles zum Böden bringen hier. Ganz, ganz wichtig. Eigentlich nicht, aber... Ist halt alles Skillpunkte, ne? Nice. So, genau. Zu dem Ding kann ich ja auch noch aber... Nice! Direkt fertig machen. Wunderschön. Noch mehr Geld. Sehr, sehr schön. So, jetzt habe ich das frei. Ach genau, ich wollte das mit dem Stein testen. Komm mal mit. Rückwärts ist echt ein bisschen mühselig, ne? Waren die jetzt? Die waren hier vorne, ne? Ja. Nee. Hm. Also muss ich irgendwie anders kaputt kriegen. Kann mir ja nicht vorstellen, dass das einfach noch nicht stark genug ist oder so. Hm. Fehlt mir wahrscheinlich irgendeine Technik oder sowas. Na dann? Hm. Ach, sind dann die Felder dahinter. Okay. Hm. Achso. Die geht aber wieder zu. Ähm. Was mich jetzt noch ein bisschen stellt, was mir fehlen, ist noch die Stellen, wo ich die Statue hinpacken kann, ne? Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ich hier alles einzeln sauber machen muss mit dem einen Feld da. Ja. Ja. Uiuiuiuiuiuiui. Ja. Aha. Geste. Ja. Ja. Guck dir das an, wie süß. Ja. 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 Guck mal gerade, ob ich vielleicht irgendwie die Grafik runterstellen kann. Das ist ein bisschen... Das ist einfach so. Ah, okay. Mhm. Ist eigentlich okay. Vielleicht nochmal alles nur auf High. Medium. Das ist... Schatten ist ja immer so ein Ding. Okay, mal schauen. So, da war jetzt auch hoffentlich nichts weiteres. Gehe ich aber mal ins Feld. Vielleicht hilft mir das. Ach, mir auf. Danke. So schön. Ah, hier ist schon wieder... Ich muss hier auf jeden Fall irgendwas mit diesen Steinen lernen. Was ist die Frage? Guck mal, kann ich die auch nicht? Puls macht nichts, Bogen macht nichts. Da ist schon wieder einer drin. Oh, Katzi. Ah ne, du bist wahrscheinlich der Woodcutter-Geist, ne? Ich muss mir die Frage antworten. Wie schön kann das bist du? Together, wir finden ein Weg, um die Energie der Mountain Shrine zu spüren. Mhm. Ja, ist so. Merkt man vielleicht einmal in 50 Bummels. Das ist nicht so. Das ist so. Das ist so. Meine Bombe? Okay. Oh, krass. Blob. Okay. Jetzt kann die Bombe legen. Das ist gut. Sehr schön. Sie sich alle freuen mit den ganzen Herzchen. Ein Traum. Ah, okay. Okay. Aha. Nice. Ah, Gegner. Nicht so nice. Sehr gut. Es gibt bestimmt einen Gegner, der... Noch nicht? Bestimmt einen Gegner, der... Bomben braucht irgendwie was mit Schild oder so vielleicht. Apropos. Das ist bestimmt das letzte, ne? Ja. Okay. Mmh. I like it. Cool. Wie viel kostet das? So, was ist das hier? Oh. Das ist eine coole Idee. Hm. Kann ich das... Ja, bitte. Ich mach einfach mal. Was soll ich sonst machen damit, ne? Komm, pack ich auch rein. Das muss ich auch so langsamer machen, glaube ich. Zip. Okay. Guys, ich bin ready. Das war daneben. Mach doch mal einer Licht an hier. Das ist ja nix. Ah. Ähm. Ah, da drunter sehe ich die Bombe. Nice. Ist hier irgendwas cooles? Nicht wirklich, ne? Aber da ist was cooles. Ähm. Mach das nochmal. Jo. Nice. Bestimmt Not, oder? Warum du bist Not? Das ist Geld. Indirekt Not. Nice. Find ich gut. Ich mag das Ding. Ich hab's nicht gesehen. Ach, Mensch. Kann ich da drauf stehen bleiben? Sag doch mal. Ich glaub das ist ein Nein. Aha. So. Jetzt aber. Ja. Wunderschön. Hm. Ich seh nix. Bei mir ist das grad auch echt komplett schwarz einfach. Ich seh nix. Kann schon kein Boden sein. Oh. Ähm. Nice. Achso, noch einer. Oh. Na gut. Ich schaff das schon. Ich schaff das schon. Auch ohne Licht. Hm. Na gut. Das war jetzt die eine Seite, ja. Das war jetzt die eine Seite, ja. Das will ich auch nochmal. Oh, was? Oh. 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 Oh Gott, ich verstehe. Ah. Okay. Hat sie mir das Ding jetzt eigentlich eben Schaden gemacht? Ich hoffe nicht. Kann ich von hier leider nicht aktivieren. Ja. Ja. Ich mag das. Ich mag das sehr gerne. So, darüber komme ich aber trotzdem nicht. Wofür ist der daneben gewesen? Vielleicht komme ich doch gar nicht. Ha. War hier vorne noch irgendwas mit den Steinchen? Nö. Zurück. 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 Alle zurück. Geh nochmal hier hoch. Dabei kann ich dich auch? Dich kann ich auch. Nice. Need it. So, nochmal Geld. Nehme ich an. Richtig. Sehr gut. Mehr Skillpunkte. Sehr gut. Wo bleibe ich jetzt? Achso, ne. Das war nur Essen? Ich dachte immer, es gibt nur... Es gab noch Skillpunkte. Wohl nicht. Ich bin sicher, dass ich hier lang muss. Ach komm, ich geh einfach. Ja. Oh. Hm. Oh. Hm. Kleiner Boss. Schade. Oder Charge. Achso, das ist so... Ah, okay. Nice. Nein! Ah, verpasst! Scheiße. Wie bin ich das... nicht so... Das sieht für mich nicht aus wie eine Eingriffsrose irgendwie. Mann. Mann. Hände ich immer wieder. Hey! Mach auf! Was ist das? Wahrscheinlich nicht, ne? Das hört sich dann danach an. So. Achso. Ich hab grad ein bisschen mehr erwartet, irgendwie. Hm? Nice. Was haben wir hier? Oh, ich klein. Hi. Nice. Oh. Das ist schön. Hm, sonst war hier glaub ich nicht wirklich was, ne? Nö. Dann nach oben. Ist das eins? Es ist eins. Okay. Ähm. Ah. Hm. Äh, wie komm ich denn da hin, bitte? Warte mal. Ich muss grad neu. Die ist ja fast gut gelandet. Äh. Äh. So geht's natürlich auch. Nein, ich runterspringen. Puh. Hattetit. Yes. Ey. Guck mal. Jetzt hab ich das Gefühl, ich hab da unten was vergessen. Na toll. Ach guck mal, da muss ich hin. Warte, dann geh ich... Dann geh ich auf jeden Fall noch mal rüber. Nein. Bäh. Nein, 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 ich komm... So tief war das jetzt auch nicht. Ah. Guck mal. Ja. So. Aha. Machen wir das halt nochmal. Wobei, ich kann jetzt auch theoretisch, ne? In die andere Richtung. Was ist das denn? Oh, Käfer. Wie süß. Äh. Ne, warte mal. Geh runter. So. Ne, nicht die Popper, bitte. So. Nice. Boah. Ja, schön. Wo muss ich das eigentlich machen? Ah. Das röchtet. Das röchtet. Passt. Passt. Mhm. Ich komm rum. Gleich. Hier steckt sich da. Oh. Oh. Okay. 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 Achso, das war ein Bummel. Nice. Nice. Yay. Alles klar. Jetzt kann ich runter. Kann ich springen? Nee, kann ich nicht. So, ich bin soweit. Wir können jetzt die Tür aufmachen, glaube ich. Ja, sieht gut aus. Auf geht's. Was wollen wir machen? Einfach so? Ja. Das brennt ein bisschen. Das sieht aber nicht so gut aus. Oh, mir fehlt nur noch die Spirit Mail hier. Cool. Die Spirit Mail. Nicht so cool. Warte mal. Egal. Ich mach das erst nochmal weiter und dann geh ich nachher wieder, wie beim letzten Mal, durch. Okay. Ist das nicht schrecklich? Ah, okay. Da komm ich noch nicht dran, ja? Schrecklich zu atmen sein hier? Ah, das ist alles abgeblockt. Okay. Okay, hier auch. Oh. Nein, ich hab jetzt hier keinen Wurm. Die Frage einmal quer. Aber ich glaube, dann brauche ich auch gar nicht groß. Genau. Man wird hier eh komplett geleitet. Na gut. Okay. 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 Ich hab nicht getroffen. Oh. Hier hinten. Ist da. Ich glaube, der hat mich nicht gesehen. War es das mit euch, Brian? Schaut so aus. Sehr gut. Okay. 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 Ich laufe jetzt einfach mal straight dem Geist hinterher. Ich komme jetzt eh nicht irgendwo hin. Groß. Warte doch auf mich. Kann ich so schnell? Okay. Jetzt weiß ich, wo du hin willst. Achso. Ich so. Wo du hin willst. Eee. Eee. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kann die Kunden, yes! Das ist schon wieder so groß Das finde ich raus Okay Okay So, Pottpong ist da Ich guck nochmal rein, sicherheitshalber Okay Guck, komm wieder Die Frage ist, komme ich da einfach so dran? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay Okay Mache ich? Bin ich? Da hinten. Ah, okay. Fange ich da an, I guess. Ne, das war schön dagegen gelaufen. Sehr gut. Kann ich irgendwas drehen? Oh, ich kann da... Okay, ob ich damit jetzt da rechts sind? Oh, verdammt. Bummel! Nice. Schön. Hi. So. Ah, schade. Das wär auch zu schön gewesen, ne? Ne, gut. Was machst du? Komm ich da hoch? Äh... Ich glaube, ich muss Reise ungefähr gleichzeitig machen. Um... Das war mal, ich muss ja... Aaaaah! Komm mal amat. Das ist ja ganz lange. Ich glaube, ich habe die mehr an. Wenn das so lange hält, macht das mehr Sinn. Naaah! Wie soll ich das denn machen? Ah, ich muss das wahrscheinlich von hier oben machen, hm? Ach ja, Jemini. Na gut. Das hält ja doch schon relativ lange. Oh, warte, möchte ich mal das drehen? Oh! Das kann ich drehen! Ah! Na gut. Das kann ich nicht. Ja, ich weiß. Warum? Achso, wenn ich das so rumdrehe, dann falle ich genau drauf, he? Na gut, machen wir das mal sehen. Lieber, ist glaube ich ein bisschen sicherer, he? Wobei ich dann natürlich schlechter da rüberkomme, zu dem anderen Stein. Egal, ich probiere das so. Ne, da komm ich nicht rüber. Ich versuch's nochmal ohne. Ich müsste auch vielleicht mal da rüber, das... Ich geh mal links rum, gerade. Schön. Hi. Ah, direkt hier drüber geraten. Hm, ich kann hier links auch rein gehen. Na gut, ich komm hier zurück dann. Ich ess hier. Nice. Mehr Geld. Ah, ich brauch nicht mehr Geld. Warte. Ähm. Ah, ich wollte schon sagen. Gibt's hier was? Ja. Natürlich gibt's hier was. Nice. Das sieht wieder aus nach Kampfen wie. Moment. Okay. Kleinen Moment erstmal hier hoch. Oh, Meditationsspot. Yay. 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 So viel HP. Wunderschön. Okay, jetzt würde ich, glaube ich, mal einfach probieren. Äh, geht noch nicht. Dann gehe ich, glaube ich, da lang, oder? Oder ist hier noch was? Noch nicht. Hm. Okay, aber so komme ich da auf jeden Fall nicht hoch. Ist da noch irgendwo was? Ah. Warte mal. Das versuche ich nochmal. Ups. Oh. Ja, oder einfach so. Warum kompliziert, wenn es so einfach geht, ne? Okay. Vielleicht komme ich von hier dran. Aha. Und jetzt? Oh, nee. Muss ich die etwa auch kaputt machen? Wie lange hältst du denn? Ich glaube halt, dass ich das bei allen dreien machen muss. Ich warte jetzt, glaube ich, gerade mal erstmal, bis der ausläuft. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der durchgehend hält. Oder? Na gut. Gleich läuft er aus, ich seh's schon kommen. Strom wieder hergestellt. Strom wieder hergestellt. Treppe. Okay. War ein bisschen unsichtlich. Aber nur ein bisschen. Nice. Hm. Die haben alle schon richtig Bock hier. Was ist das hier? Was ist das hier? Ich muss mich mal gerade erst gehen wegmachen, bitte? Äh. Was ist das hier? Vor allem auf so einem Platz hier. Nice. Nein. Au. Drecksack. Halt ich den fest. Also, roll ich nicht. Hm. Ist so komisch. Aber, dass ich das nicht machen darf. Na, nice. Ach, jetzt oder was? Richtig, fast. Alles klar. Jetzt haben wir Platz für sowas. Ist das tief genug für euch zum Schwimmen? Krass. Wie süß. Dein auf dem Rücken. Nice. Wie gut einfach. Oh, warte. Da leuchtet es rosa. Aha. Den habe ich gesehen. aus der Weise mal. Nice. So, dann hier runter, ja? Oder weiter? Das sah irgendwie aus, als müsste ich hier runter. Ja, das nehme ich lieber, ehrlich gesagt. Fehlt noch was? Oh, okay. Okay. Warte mal. Kann ich den vielleicht? Ich muss den wahrscheinlich auch hier... ...dingsmellen. nicht dösen. ah, nicht dösen. Nice. Jetzt komme ich... Doch, komm dran. Haha, nice. Yay! Vorbei ist der ganz andere Spaß. Äh, ach da komm ich hoch, okay. Ich muss auf jeden Fall noch irgendwie dahin kommen. Die sich einfach alle in die Tiefe stürzen. Okay. Vielleicht komm ich auch jetzt direkt dahin. Na gut. Monies! So, komm ich auch so rüber. Kein Problem. Sieht aus, als könnte man da rein. Sieht nicht aus, als würde ich da rein wollen, aber man könnte sicherlich. Geronimo! Für mich mit dem Hüpfen hier nicht so, nicht so wohl, muss ich sagen. Das ist mir viel zu knapp. So, runter. Achso, nee, ach, wollte ich gar nicht. Verdammt. Oh, da ist auch noch einer. Komm ich da dran? Äh, die Bobbels wollen nicht ran. Schade. Hm. Hm. Mist. Hey, nicht so weit. Oh, was. Nicht so weit. Oh, was. Nice. I like Ja, ihr geht mal ruhig schwimmen, aber ich nicht Ich will da nicht drin schwimmen gehen Sieht ein bisschen gefährlich aus, ehrlich gesagt So, der macht nix Ja, so viel kann man hier nicht so sehen Da war ich gerade Monsieur Oder Madame Also wirklich Adira Do you think we'll stay here forever? Grow old in this place? Erster Punkt ja Zweiter Punkt schwierig So, das Blümchen seh ich So, das ist wahrscheinlich zum rüber gehen, ne? Na gut Genau Na mal rüber Nice Aufzug Aufzug Yes Bitte mitnehmen Wie assi der Kleine einfach auch noch oben drauf sitzt, damit wir noch mehr zu heben haben Unfassbar Das ist schon schön, ne? Na mal runter bitte Vielleicht auch hoch Hoch geht auch Ich dachte, ich müsste runter Was machst du? Oh Ich mach auch nur den Aufzug Warum ist unten ein Schießschalter und hier oben nicht? Egal Nicht nachfragen Ist ja jetzt auch nicht so wichtig Ich hab das Gefühl, da schießt irgendwer Ähm Entschuldigung, wer schießt da? Hallo Ah, du Sag doch was Nice Ich finde mich manchmal ein bisschen schwierig Im Sprung zu schießen Manchmal klappt das super Und manchmal ja nicht so Meistens im Kampf Das ist nicht so klappt Hier Oh, hier ist noch einer Da ist noch einer Ich seh dich, aber wie komm ich zu dir? Darum wahrscheinlich Ja Ja Nice Da ist Lito Habe ich da was leuchten sehen? Das sind ja So Kann ich mit dir da irgendwas anderes machen Als hier hochkommen? Oh ja Das war eine schlechte Idee Was macht der denn da? Okay Oh Okay Okay, der hält sich auch ziemlich lange Ja gut Dann mach ich das nochmal Ähm Ich hab schon Ich häng fest Alles gut Alles gut Ich häng mich fest So Nummer eins So Jetzt rüber Ich weiß, ob ich nur da Doch das war Weit genug Okay Aha Da 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 Yeah Kommt mit Jen Sehr schön Okay Ich glaub, sonst brauch ich die nicht Sehr schön Sehr, sehr schön Warte mal Kann ich da freiräumen? Ah, nicht von hier Okay Oh ne, jetzt Oh Bewegt sich das die ganze Zeit Oder was? Find ich jetzt gar nicht mal so cool Okay Das heißt, das macht das einmal rundrum Ne, geht Mag ich nicht So gar nicht Okay, das ist fies Ich könnte Auch da landen Ich möchte euch mal gucken Güste 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 Das ist viel Geld schon wieder Was mach ich denn damit? Hm Das Buch hier Das sah für mich irgendwie aus wie so ein Arena Ne, Moment Ich bin ja aus dem Weg Ich glaube es war ein zweiter Ich bin zu tief Achso, dass du mich bewegen Ähm Ja Lass erst mal liegen Bis ich weiß, wo das hin soll Das könnte mir irgendwo hochhelfen, hm? Oder halt Gewicht raussetzen Achso Das ist als Aufstehhilfe hier Aufstehhilfe nicht Ja, aber ich hab ja gar nicht so viele Hüte, Mensch Was soll ich denn da machen? Die kommen gar nicht hier hoch Puh Das ist das Weiteste, was ich machen kann Ups Warte mal Hätte ich vielleicht die Das Ding essusen können Für den Hm Hm Ich weiß nicht Das ist richtig Da bin ich ja gerade dabei Ich geb mein Bestes Oh, ich glaub da komm ich noch nicht ganz rüber Versuch's mal da Okay Ob ich mich an dem Ding festhalte Nee Das Ding ist, die tragen das aber auch nicht mit mir, ne? Oder habe ich jetzt mittlerweile so viele Pummels, dass die das auch machen? What? Krasser Scheiß Ja Ja, das ist ja auch okay Ich hab leider Muss ich dir grad mal zeigen Ich habe Fast alles Ne? Hier alles voll gemacht Mir fehlt ein Pummel Ich bin dreimal durch Also das erste Mal beim Durchspielen und zweimal beim Nachgucken Ich hab den Pummel nicht gefunden Ich guck das nachher mal auf Stream nochmal Dass ich den suche Vielleicht auch mit der Maske Weil ich hab jetzt gerade eben aus Versehen Wieder T gedrückt Und da wurde ja auch gesagt, dass man da auch Ähm Dinge sehen würde Die Die Rod Dinger Mal gucken Nee Hi 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 Oh Ow Okay Okay Das war fast nicht knapp Halte den mal fest Okay Au Wo kam der her? Nichts gesehen Okay Nice Ich würde gerne meine Meine Pfeile schneller aufladen Ehrlich gesagt Oh nein Mein Boss Seit wann haben die Tentakeln Ähm Ich glaub die Dinger sind allgemein ziemlich gut Nice Schön getroffen Aber die macht ja ein Schaden kann das sein Ach so Ich hab das nicht gesehen Doch es macht ja Nice Sehr schön Jetzt soll ich mal Die Heilung holen Ich find das ein bisschen blöd, dass ich das Ups Da ist Ende Nur damit machen kann Nur damit machen kann Bumm Nice Ich hab doch noch den Kopf getroffen Soll ich so mein kleiner Finger wie vom ständig Schiff drücken Ach je Ach je So Da ist sie wieder Mit Ohrjogt So Ähm Brauch ich das sonst ne Vögel ist Nö Dann kann ich damit die Pflanze gießen Ja Dahin bitte Die laufen nicht mal Die unter dem Ding schweben einfach So geht's natürlich auch So dann machen wir doch grad Nein Nicht das Das da Das da bitte Aber grad mal alles schön hier Das ist schon mal nicht Okay Okay Erstmal Erstmal lassen Mit davon Hier ist nicht zufällig einer von euch ein Pummel oder Also Ihr seid alle Pummels Ich weiß aber Ich mein von den Blümchen Kein Kein Blümchenpummel Okay Da ist auch keiner drin Ja Sicher gehen Ich komm mich einfach zurück zum Feld Ich glaub da komm ich nochmal hoch Mit den Steinen hier Mal schauen Jep Ah Haha I did it Das ist mir zu knapp gewesen Geht das hier in einer Pummelstelle Ich mag das ja wenn die einfach auf den Boden kleben Ist gut Sehr schön Also das zwischendurch draufdrücken Bringt absolut gar nichts Hab ich das Gefühl Also wenn ich jetzt runterspringe und dann kurz vorm Boden nochmal den mache Bei vielen Spielen hilft das Aber ich glaub bei dem ist es scheißegal Hm Warte mal Krieg ich den raus Das muss ich grad mal testen Ob der weit genug geht Kann ich mir halt schon vorstellen Dass das noch klappt Nee Hm 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 So Ist halt so super langsam ne Wupp Lauf schnell Die Steuerung hätten sie echt besser machen können Finde ich Also Gefällt mir nicht Ist sehr sehr umständlich Vor allem Ich mein Solange das Viech vor einem läuft Dann geht's Sie ist halt sehr langsam Aber es funktioniert Aber wenn man rückwärts läuft Und quasi Mit dem Viech zur Kamera läuft Aber Kena ist noch dazwischen Das ist die Hölle Das ist echt schlimm Guck mal Ich seh da was Ich seh da was Nice Hi Pummel Sehr schön Wie viele kann man haben insgesamt Das würde mich mal interessieren Bestimmt irgendwie um die 100 100 pro Und dann hab ich 100 kleine Pummels hinter mir hier laufen Oh mein Gott wie gut So Da war ich gerade Dann will ich hier nochmal rüber Und zwar geradeaus rüber Nein Aber jetzt ist wenigstens das Wasser nicht mehr gefährlich Ach scheiße Komm ich hier auch raus? Ich glaube nicht Kann ich überhin raus Na toll Die schwimmst so langsam Das sind 100 Stück Genau Krass Ah guck mal Jetzt komm ich auch hier raus Hier ist aber alles geplant Das könnt ihr verschieben Achso das war Geld Okay Nice Nämlich So viel Essen Ah warte mal Jetzt komm ich aber Aha Jetzt kann ich hier rum So Hüpf Hüpf Der ganze Kindergarten dabei Nice Das hat doch gut geklappt Schauen wir das jetzt? Ach hier dann kann ich Okay Yay Bestimmt not oder? Gut Ein Pummel Ach viel besser Nice Ah fast die 65 voll Yay Okay dann Was mach ich denn? Wobei ne ich kann das ja nochmal anschießen Stimmt ne alles gut Alles gut Ich auf dem Kopf steht noch Ich find die gut Der Rest schwimmt wenigstens Weißt du Aber der ist halt so richtig Weiß ich nicht So ein Arsch Einfach So ein Arschspirit Arschbummel Weiß auch nicht Der stellt sich ja auch immer schön auf die Sachen drauf Die die hochheben müssen Das nenn ich mal Gruppendenken So genau Von da kam ich gerade Kiste hab ich geholt Warte mal Hab ich jetzt schon alle drei Punkte? Ne Dann muss ich noch darüber Ich bleib glaube ich erstmal hier in dem kleinen Gebiet Innerhalb des Flusses Das ist glaube ich keine verkehrte Idee Gegners Hallo Oh immer diese dicken Viecher Nein 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 Ah, jetzt weiß ich auch noch welcher da ist. Ja, an den erinnere ich mich. Wird der Schalt eigentlich auch... Ne, der wird nicht verteilt, okay. Können wir aufhören? Okay, das war gut getroffen. Auf den Kopf. So, da ist der Boss. Nein, hält ihn fest. So, ich hatte keine Pfeile mehr. Scheiße. Ja. So. Ah, aber wie? Ah, da. Habt er? Habt er nicht. Okay. Da. Jetzt aber. Sehr schön. Habt er gut gemacht. Okay. So. Oh, einmal lässt weg. Es ist so viel, was man... gingsten kann. Was ich mal wegmachen kann. So, hier könnte ich eigentlich nochmal in der Ecke... Könnte ich auch nochmal hingehen. Ah, ist das irgendwie... Äh, ich sehe nichts. Okay, das kriege ich aber nicht weg. Ähm. Löst dich mal auf gerade. Das hat jetzt gerade nicht so gut funktioniert. So, was mach ich denn, wenn ich hier rumkomme? Da hab ich was. Okay. Okay. Komm ich in... Ich dachte mir nicht, das hat ausgedacht, ne? Unfassbar. Unfassbar. Ja, okay, weg damit. Ach so, das ist nochmal ein neues Ding. Okay. Das heißt wahrscheinlich... Das ist zu weit weg. Schade. Äh, machen wir den? Schneller! Okay. Ah, okay, damit komme ich von hoch, ja? Nehme ich an. Und kann den Rest wegmachen. Sieht zumindest so aus. Okay, das hat nicht gereicht. Warte mal, was? Wo komme ich denn... Hm. Okay, da komme ich dann da rum. Da macht sich gerade... Okay. Dann fang ich mal hier drauf an. So, eins. Und zwei. Wie soll ich denn da hinkommen? Ah, verdammt. Äh. Wofür... Wofür ist der? Wofür ist der? Ob ich die Blumen fast sogar reiche. Hier reichen die Blumen nicht. Schade. Wie komme ich denn... Ich meine, ich sehe, wo ich hin muss, aber... Ach, von hier, wow. Wofür ist der? Oh, wow. Okay. Das ist zwar nicht knapp. Das war viel zu viel. Das war viel zu viel. So, jetzt kann ich die Dicke machen. Hm? Nice. Kippin' it, Pumet. Yay. Yay. Oh, nur noch fünf. Hm. Oh, ich sehe eine leuchtende Kiste. Überlebe ich das runterspringen? Ja. Warte mal, erst mal zum großen Ding. Ist jetzt gerade erst mal mein Ziel, denk ich, ne? So. Dickes Blümchen. Nice. So, Ochse, sagte sie ja. Ja, den, den sehe ich schon irgendwo. Hm. Achso. Das ist so schön. Das ist so schön. Auf Wiedersehen. Rufus. Du bist okay. Rufus? Ich kann nicht glauben. Na gut. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ich bin da nicht. Ich bin da nicht. Wie geht's? Das ist Kaina. Sie ist hier, um D-Ref zu helfen. Ich bin da nicht sehr glad. Da bin ich sehr glücklich. Ich bin da nicht glücklich. Ich bin da nicht glücklich. Ich seh mich da schon hochklettern. Und ich seh mich auch runterfallen. Ach ja. Nice. So, wo gehen wir als nächstes denn da hinten? Forge Entrance. Ja. Okay. Ah, ich mag so Riesengebiete nicht so schwierig, das zu finden. What? Neupommels? Sehr gut. Warte mal, wo war jetzt meine Blume? Da. Das krieg ich doch wohl hin zum Schrein hier unten. Hoffe ich. Und größeren Tisch. So. Nice. Sehr schön. Wo fang ich denn jetzt als nächstes an? Da seh ich doch schon wieder, da komm ich wieder von der anderen Seite rein. Suche ich mir doch mal irgendwie einen Eingang. Ich hab da was leuchten sehen. Ah. Wie komm ich da? Nee. 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 Wie komm ich denn dann? Oh, warte mal. Ist das, ist das dafür? Das kann natürlich sein. Das kann ich schon mal nicht. Aha. Nice. Yay. I did it. Eine Pummel. Ich hab hier noch nicht einen Hut gefunden, kann das sein? Krass. Sag mal her. Wie viele Hütte brauch ich denn hier? Das sind immer noch zehn Hütte. Hm. Okay, use that for me. Okay, da komm ich nicht raus. Oh, hier ist noch was. Noch mehr Geld. Scheiße. So viel, ey. Okay. Kann ich das wegmachen? Das ist so... Wegmach ich aus. Da werde ich aber so oder so hinbekommen, ne? Das ist nicht so, dass hier ein besonderer Weg ist. Okay, ich glaube, dann gehe ich erstmal da lang. Eigentlich müsste ich von hinten aufräumen, ne? Aber... Vielleicht gehe ich erstmal quer rüber. Da möchte ich nämlich die linke Seite zumindest schon mal durch. So wenigstens ein kleines bisschen strukturierter dran gehen. Das wäre schon mal etwas. Ich kann es auch, ey. Ey, 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 ey. Dann... Es ist gerade ein bisschen schwierig, mich zu orientieren, irgendwie. Achso, das ist die Ecke. Okay. Ja, gut. Na, ist nur mit Apropos-Gehl-Punkte. Kann ich gerade nochmal reinschauen. Das habe ich ja alle schon. Ich mache einfach mal Schild hoch. Oder? Ja, ich meine, das nutze ich halt eigentlich eh nicht, oder? Komm, nehmen wir das. Das schaffe ich halt eh nicht. Aber ich will in die mehr Schilddinger rein. So, das braucht Rott-Level 4, okay. Das sollte ich ja wohl hinkriegen. Achso, genau. Das war die Kiste da drunter. Okay, nice. Das verschwindet mir deine Blume, oder? Oh, ich hasse dich. No. Hey! Was denn a Bomber? Was denn a Bomber? Hey! Wow. Das hält sich auch immer heilt, ne? Das ist so fies. Ich meine, der heilt sich nur einmal, aber dafür hält er sich immer, wenn ich ihn sehe. Okay. Dann... Hunde das und schieb das da rein, bitte. Da rein, bitte. Genau. Achso, die Pflanzen wieder, ja? Na gut. Ich hab das Gefühl, das Viech wächst jetzt auch nicht mehr. Wo hab ich jetzt alle? Ah, jetzt hab ich alle. Nice! Weg damit! Weiter, 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 weiter. Oh! Krieg ich dann einen Kürbiswut? Nice! Yay! Nice! Ja! Popkinhead! Nice! So gut! Okay, warte mal. Jetzt kann ich ja in das andere Upgrade, ne? Sehr schön. Komm, mach ich auch direkt. Also, freigeschaltet hab ich doch jetzt eigentlich alles, ne? Ja. Ich kann aber immer noch Rod Level finden. Das heißt, ich kann dann vielleicht einfach noch fünf Skills machen. Ich mein, die erst mal vollkriegen, ne? Ist ja auch schon... ein Ding. Hm, genau. Da wär ich auch drüber gekommen. Da ist ein Pummel drin. Ah! Drecksack. Das war fies! Okay. Aber ich hab ja genug KP. Und die regeneriert sich ja auch immer sofort wieder. Hm, wo bin ich denn hier? Ach so, da komm ich da lang. Ich könnte geradeaus gehen. Ähm... Da will ich hier noch nicht hin. Da will ich gleich essen, wenn ich hier durch bin. Ich will da gleich essen. So. Sicherheitshalber jetzt mal, ne? Nicht, dass da noch mal einer rauskommt. Irgendwie seh ich das total gerne, dass diese Horde hinter mir herrennt. Ich brauch dringend mal nen Hutladen, glaub ich. Ich hab jetzt so viele gefunden in letzter Zeit. Dringend. Hm... Da ist ne Cursed Chest. Ah! Einfach so da. Sehr gut. Hm... 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 Oh, sträßt. Da, sträßt. Hey! Ich treffe die Bombe nicht. Raurig. Nice. Warte mal, eben stand da nur noch viel. Ist fies. Bombe! Ich glaub, ich müsste meinen O.E. mal ein bisschen nutzen hier. Ich mein, der sucht sich den Gegner auch, ne? Das ist ja eigentlich ganz gut. Das mach ich nochmal. Mehr O.E. nutzen. Hm... So... Kommt hier ein bisschen schneller vielleicht. Kommt hier ein bisschen schneller vielleicht. Warum steht da gerade Null? Eins? Sind das die, die ich töte oder was? Okay, ich soll den O.E. irgendwie anders nutzen. Okay, das mit dem Treffen ist noch ein bisschen ein Problem, glaub ich. Die Frage ist halt, wie viele muss ich denn umhauen? So leuchtest rosa? Hm. Keine Ahnung. Man, da scheint ja echt nur das zu sehen, was ich da... hm... habe. Hm. Hinstellen. Bitte. Ein bisschen aufräumen hier. Hm. Merkwürdig. Aha. Ist hier was? Blö. Schade. Hier hätte ich gerne was gesehen, glaub ich. Ist doch erinnert mich die Musik an Subnautica. Komisch. War ich hier schon? Oh, das sieht richtig aus. Denke ich jetzt gerade erstmal nicht hin. Hallo? Ist nix drin? Nicht mal ne Kiste mit Geld. Ah. Ich wollte mich schon beschweren. Oh. 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 Das Ding hier führt. Okay. Okay. Das macht nix. Okay. Okay. Das macht nix. Da bin ich zufrieden. Ich glaube ich nicht rein, ne? Ne. Ne komme ich nicht. Ah, da ist sowieso zu, ja? Noch sehe ich das nicht, dass da zu ist? Ähm, geht bestimmt. Also ich meine schon. Also ich hab's jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das gehen wird. Okay. Ja, ich wollte hier sowieso nur noch nicht hin. Okay, guck ich gleich nochmal hin. Aber ich wollte sowieso erstmal nur erkunden und dann zur Story weitermachen. Genau, ich spiel mit Maus und Tastatur, weil ich einfach weiß, dass ich einen Bogen hab und damit finde ich es ein bisschen einfacher zu zielen. Ich ziele nicht gerne mit Controller, das ist ein bisschen unangenehm. Ist halt auch einfach super umständlich, ne? Also wenn man damit nicht irgendwie aufgewachsen ist oder so, dann ist das total unangenehm irgendwie. Vor allem bin ich halt auch super schlecht damit. Das ist halt auch einfach ein bisschen hinderlich, wenn man nichts trifft. Hallöchen! Das ist so gut, wenn man den Kopf trifft. Nämlich erst dich. Oh, das war schön. Sonst einer? Nicht? Bin ich gut. Schreien? Schreien. Sehr schön. Achso! Nee, nicht ausschließlich. Gott sei Dank. Ich glaub, das wird mir um einiges weniger Spaß machen. Nice. Oh, da komm ich auch noch hoch. Sehr schön. Der nächste. Ah, guck mal, da ist dann 100. Das ist dann das Max-Level, nehm ich an. Zumindest von den kleinen Pummels hier. Jetzt ist die Frage, wo krieg ich die Blume her? Richtig. Also, es gibt sehr, sehr wenige Spiele, die ich unbedingt mit dem Gamepage spielen möchte. Und, äh, bin ich immer sehr froh, wenn ich das zur Option hab hier. Achso, da wär ich doch... Ah, da wär ich doch untergekommen. Nice. So, wo krieg ich jetzt die Blume her? Die von hinten ist auf jeden Fall zu weit weg. Das klappt nicht. Vielleicht krieg ich da nochmal eine neue. Das könnte einer sein. Vielleicht. Nee. Schade. Achso. Das hat schon gereicht. Na gut. Na gut. Aber wo krieg ich das Blume her? Hm. Da vielleicht? Vielleicht. Nee. Bummel nehm ich aber auch. Hm. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ähm. Nicht, dass es irgendwie so ein bisschen mit der Kiste zusammenhängt. Das wär mir so blöd. Oh, warte mal. Da komm ich aber raus, ne? Selbst ohne ihre Tools. Ja. Bringt mir das was? Ja. Bisschen Geld. Das brauch ich gerade dringend. Blümchen, Blümchen, Blümchen. Hm. Hm. Irgendwo muss das sein. Find ich bestimmt noch. Ah, warte mal. Ich hab doch hier einer drin gehabt. Ah. Mensch. Probier ich das doch mal. So. Komm ich überhaupt bis da hinten hin? Bestimmt. Okay. Ja, sollte doch. Das geht schon. So. Sehr schön. Nice. Ich glaube, dann kann ich jetzt nochmal den rechten Teil abgehen, ne? Genau. Forge Entrance. In dem Bereich wollte ich auf jeden Fall nochmal gucken. Pup, puh, 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 puh. Ich mag das, wenn das so knapp funktioniert. Komm ich da hinten. Fast schon. Okay, ist halt gerecht. Nee, mach mal nicht. Ich mag das, wenn ich Schwachstellen habe. Geht so viel schneller. Ah. Dich hab ich nicht gesehen. Fast. Hat der trotzdem noch funktioniert. Immerhin. Okay. Ich könnte eigentlich ruhig mal ausrummen. Das ist ja in der... Die Stelle, wo ich vorhin auch war, aber da nicht rum konnte. War ja alles noch am Brennen. Da wird das alles gebrannt. Da zieht das übrigens verdammt gut aus, ja. Sehr, sehr grün vor allem. Ja. Ich hab nur die... Nur die Demo gespielt. Aber ich werd's mir auf jeden Fall zulegen und spielen. Die Demo hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist, äh... Ein sehr, sehr schönes Spiel. Ist auch wieder so ein... So eine Art Rätsel, die mir gut gefällt. Da will ich auf jeden Fall mehr von sehen. Da freu ich mich auch schon drauf. Aber grad so viel zu spielen. Ja, das denke ich. Also, ich hab bis jetzt auch nur Gutes gehört. Ich hab nicht einen gehört, der sagte... Ah, jetzt ist aber nicht so das Ding, ne? Ich hätte es... Ausschließlich positiv. Ah, siehst du mal. Hab ich schon. Nice. Ach so, das ist dann quasi endlos, oder was? Gott. Stell ich mir auch sehr... Sehr lange vor. Also, da kann man ja... Fast unendlich spielen, oder? Wenn man das ordentlich anstellt. Oh. Aber ich hab noch keinen Platz, wo ich die hinstellen kann. Hm. Ich hab das Blümchen. Brauch ich das Blümchen? Doch, ich hatte doch grad irgendwo... Warte mal, wo war der? So ein Schrein. Da hinten. Guck mal, ob ich das schon mal mit dem Blümchen zusammen... Die Beta ist auch schon da, wenn du sagst... Das heißt, das war aber auch irgendwann... War das dieses Jahr überhaupt noch? Ne, das war 2022, ne? Kommt das raus? Oh. Nein. Ach so, weil ich gesprungen bin, ne? Verdammt. Ah. Krass. Das ist doch super. Das ist auf jeden Fall ein Highlight. 82 Spielstunden, nicht schlecht. Krass. Da, runter, du schaffst das. Yes. Ob das jetzt noch was wird? Gucken. Ja, sehr schön. Ah, okay. Ist auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel. Also selbst von den, ich sag mal, paar Minuten, die die Demo da lang war, hat man es einfach schon gesehen. Es ist super polished und alles. Das ist voll gut. Bin auf jeden Fall ziemlich gehypt, was das angeht. Ich weiß ja. Ich finde, halb immer so ein schwieriges Sport, wenn du dann so ein entspannendes Spiel hast. Warte mal, das kriege ich aber nicht weg, oder? Ich muss das mal testen. Ah, der kriege ich doch weg. Aha. Die kriegen alles kaputt, glaube ich. Was war das? Ach, das war nur die Lampe. Verdammt. Muss ich auch nochmal kaputt machen. So. Nice. Wollt das echt nur Geld bringen, ne? Egal. Geld ist Geld. Ah, ihr schon wieder. Oh, das sind die... Ah, die Statuen. Ja. Eine weiß ich ja. Oder die anderen zwei. So. Nimm mal mit. So. Ich kann mir gut vorstellen, dass das noch kommt, ehrlich gesagt. Könnt ihr das überhaupt da rausbringen? Ach, da geht's raus. Hm. Alles klar. Also ich... Ich denke mal, dass die noch viel damit machen werden. Das ist ja eigentlich ein super Konzept. Hey, danke für den Follow. Also ich hoffe zumindest, dass sie mehr damit machen. Sagen wir mal so. Ob das jetzt wirklich so wird? Ist ja mal dahingestellt. Ach so. Ach so. Ist ja recht so. So. Ihr schafft das. Ist eigentlich voll der Sklaventreiber, ne? Die macht nichts selber. Ich glaube, die anderen zwei habe ich noch gar nicht gesehen. Tippe ich mal. Ich habe zwar gesehen, im Dorf Richtung Storehouse, aber hier habe ich jetzt noch keine gesehen, meine ich. Ein Porto mitnehmen. Sehr schön. Ah, guck mal. Ich gehe einfach erstmal rein. Ich glaube nicht, dass ich da hochklettern muss. Hm. Hier drin. Geil. Ich... Das ist doch kacke in dem Bogen. Okay, zehn Stück, ja? Na, das hat aber keinen guten Radius. Au. Der... Der Mini-Einkriff ist eigentlich auch irgendwie in die Frau E. Müsste ich gleich mal reinkippen. Das war nicht knapp. Ich hatte noch eine ganze Sekunde. Easy. Äh, Townscaper? Kenn ich gar nicht. Warte mal, ich schreibe mir das mal auf. Zettel, Stift, Townscaper. Townscaper. Schau ich mir gleich mal an. Ähm, nee. Die... Diese kleinen Puschel bekomme ich so in der... So zum Beispiel. Die finde ich in der Welt versteilt. Und sobald ich sie habe, laufen die mir hinterher. Und ich kann ihnen süße kleine Hüte geben. Und im Kampf verstecken die sich größtenteils. Und wenn ich genug Gegner haue und umbringe und so weiter, dann bauen die Mut auf und dann helfen die mir so ein bisschen im Kampf. Die sind richtig süß. Die sind so putzig. Vor allem, warte mal, kann ich das hier? Oder kann ich das nur im Dorf? Im Dorf kann ich mit denen interagieren. Da kann ich mich hinsetzen. Und dann kann ich die kuscheln. Und ich kann ihnen Knutscher geben. Total putzig. Also das ganze... Das ganze Spiel ist um diese kleinen Puschel rum gebaut, sag ich jetzt mal. Äh, komme ich da wieder noch durch? Ah. Sehr schön. Bei Hut. Sind das Pancakes? Was sind Pancakes? Warum gibt es sowas? Oh. Okay. Warte mal. Nein. Würde ich auf jeden Fall. Also... Ey. Na? Das Spiel besteht sehr, sehr viel aus Entdecken. Vielen kleinen Rätseln. Also sie sind jetzt nicht total schwierig oder sowas. Sind alles sehr kleine und unzusammenhängende Rätsel. Aber wenn einem Erkunden gefällt, dann 100 pro. Also ich bin komplett, komplett überzeugt. Ich bin schon am 100% machen hier rechts. Und es macht so viel Spaß. Es ist so schön. Die sind so putzig. Die dritte habe ich auch schon gesehen. Das ist bei den Gegnern da hinten. Blöp. Und hier ist ein richtiger Mangel an Hutläden, habe ich das Gefühl. Äh, nee. Also es ist auch wirklich fast optional. Also klar, du hast eine grundlegende Story. Aber diese NPCs, die sich immer mal so importen, die habe ich bis jetzt auch oft genug ignoriert. Also es ist nicht zwingend erforderlich, dass man sich das anschaut. Und die Stücke, die, ähm, die, die Story sind, sind halt auch wirklich sehr begrenzt. Also ich hatte nie das Gefühl, dass es wirklich viel, viel Story gibt. Also nicht, nicht viel aufdringliche Story. Sagen wir so, das klingt ein bisschen besser. Oh nee, das ist mir auch zu viel. Das ist mir viel zu viel. Also, ähm, hatte ich glaube ich vorher, hatte ich das vorhin gesagt? Ich glaube so 80 bis 90% würde ich schon sagen, ist Erkunden mit Rätseln. Bestimmt, locker. Und der Rest ist ein bisschen Kämpfe, wie man gerade gesehen hat. Das ist auch super schnell durch hier und da mal ein kleiner Boss. Und ein bisschen, ein bisschen gequatscht. Also ich finde es wirklich, wie du schon sagst, perfekt. Also von, von der, äh, Belagerung, so welches, welches wie viel ist. Top. Genau, also ich habe jetzt, glaube ich, auch keinen so schwierigen Schwierigkeitsgrad drin. Aber da ist auch für mich nicht der Fokus. Oh mein Gott, na her, Schale. Wie süß. Warte mal, wo ist der nächste Portion? Ich muss mal gerade meine Hüte machen. Eben, das ist alles super fröhlich. Klar, ich meine, ich bin jetzt gerade eben in das Gebiet reinbekommen. Da war es sehr düster. Aber das habe ich jetzt halt, ich weiß nicht, ob du das Spiel Okami kennst. Das hat mir sehr, sehr die Vibes gegeben. Ich kam hier rein, das war alles düster, war am Brennen. Und relativ weit hinten, irgendwo so da, habe ich diese, diese Korruption oder Korrumpierung aufgehoben. Und dann sieht es jetzt so aus, wie es jetzt aussieht. Also ich gehe quasi durch die Welt und mache sie ein bisschen schön. Wenn man das so, so nennen möchte. Aber sonst grafisch echt top. Absolut top. So. Dann. Hüte kaufen. Ganz wichtig. Käfer waren neu. Die Früchte waren neu. Eier. Wichtig. Das auch. Pancake. Ich finde die Pancakes so gut. Oh, Kätzchen. Macht sogar Geräusche. Alles klar. So. Wer hat jetzt noch Hütes offen? Oh, ich habe einige Hüte offen. Ich mache die vier von viermal sowieso raus. Ach, sind die alle schon verteilt? What? Ich habe so viele Pummels. Krass. Ich möchte die Party-Tüte ja doch wieder anziehen. So. Da nochmal zwei. Jetzt habe ich noch fünf, ja. Wann habe ich denn nur einen drin? Ach so, ich habe einfach ungerade gefunden. Ja, dann. Gibt es nochmal. Peinkorn sieht auch schon ziemlich süß aus, ne? Aber ich glaube, ich nehme zwei ja noch. Auf jeden Fall. Warte, kaufen. Was sind die Eier? Federn will ich zwei. Ist einfach so das Beste in dem Spiel. Und zwei Pancakes noch, bitte. Das ist echt so gut. Das ist halt auch super, ne? Du kannst die hier so schön ansehen und sagen, okay, ja, ich möchte aber weniger Partyhüte und dafür setze ich nochmal ein paar andere auf oder so. Das ist so gut. Und dann haben die die auch alle an. Was mir auch super gut gefällt, sieht man glaube ich hier im Dorf auch ein bisschen. Hier. Wenn man durch die Welt läuft, das ist auch im normalen Gebiet so, die setzen sich dann einfach irgendwo hin. Also du hast wirklich irgendwo Stellen, die die Developer da hingesetzt haben und die setzen sich dann einfach so quer in die Umgebung rein. Das ist so schön. Das ist nur Optik. Also das Geld kannst du auch ausschließlich für Hüte ausgeben und in jedem Gebiet hast du hier ein paar Hüte, die du finden kannst. Aber die machen nix. Also die ganzen Pummelchen hier sind alle gleich. Das ist so gut. Wo konnte ich mich nochmal mit denen hinsetzen? Ich habe das doch für Thumbnail auch gemacht. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Die hüpfen dann auch alle immer so schön. Das ist so gut. Und die sind halt auch so schön unterschiedlich, ne? Ein paar kleine dabei, ein paar dicke dabei. Voll gut. So, hatte ich noch Mail? Ah, da hinten habe ich Mail. Die kann ich mal eben machen. Gerade noch. Die mache ich mal eben. So. Wie weit ist die? Links rum. So schön. Ist echt so. Das ist... Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, ne? Aber... Props dafür. Das ist so gut. Okay, da kann ich noch wer nicht hin. Schade. Wie kriege ich das denn weg? Hm. Ich konnte doch irgendwie mit denen interagieren. Ich habe schon wieder verpennt. Irgendwie geht das. Ja. So. Dann zurück in die Mitte, zu meinem Speicherpunkt. Ach ne, die speichern kann ich überall. Portpunkte sind das. Ich speichere es so selten, glaube ich. Aber wenn das irgendwann abschmiert, dann habe ich ein großes Problem, glaube ich. Ich speichere irgendwie einmal nach vier Stunden oder so. Okay. Guck mal, die leuchten sogar, wenn ich die Maske anhabe. Ja, cool. Dann reicht mir das für heute. Ich mache morgen ab neun wieder weiter, falls jemand zuschauen möchte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschülü.